Herzlich willkommen zur 22. Ausgabe des Techpool-Podcasts. Wir sind diese Woche wieder zu dritt. Tim ist aus dem wohlverdienten Podcast-Urlaub wieder da. Also hallo Tim. Hallo Tim. Hallöchen. Bist du erholt? Geht's dir gut? Ja, sehr. War sehr, sehr, sehr schön in Amsterdam. Sehr schön. Das hört man noch gerne. Und auch wieder dabei ist natürlich der Kalle. Hi Kalle. Hallo Basti, hallo Tim. Wir starten mal direkt. Wir haben ein bisschen was auf dem Zettel. Könnte also wieder sehr umfangreich werden heute. Schauen wir mal. Ganz kurze Info, die ich, ich glaube, letzte Woche eigentlich schon anbringen wollte, aber irgendwie habe ich es vergessen einfach am Anfang. Ich wollte nochmal erwähnen, also passt auch gerade dazu, weil das kommt auch gleich nochmal, es sind die ersten Public Beat, das heute released wurden. Vor einer Stunde oder so ungefähr jetzt mittlerweile. Also heute ist der 9.7. Und ich bin tatsächlich, Kalle ist gerade schon dabei, der hat's noch vor mir gesehen. Ich bin auf jeden Fall auch jetzt gewillt, das auf mein iPad zu installieren. Und es ist natürlich ein Produktivgerät, jetzt natürlich noch produktiver durch das Magic Keyboard, aber es ist, auf eine Sache habe ich wirklich große Lust und das ist auch nachher für mich tatsächlich entscheidend fürs Haus und für den ganzen Kram. Also diese neue Sidebar-Geschichte finde ich wirklich eigentlich ziemlich gut gelöst beim iPad, muss ich sagen. Dass sie diese wirklich in alles eigentlich integriert haben und vor allem in HomeKit, das macht einiges mit HomeKit, muss ich sagen. Also dass du die Räume wirklich schnell durchskippen kannst und so, ohne jetzt jedes Mal wischen zu müssen. Ich habe mir auf dem iPhone bis heute nicht gemerkt, wo welcher Raum ist. Ja, vorne ist Wohnzimmer, das weiß ich. Und dann aber dieses Durchwischen, bis du mal den Raum findest. Macht natürlich auf dem iPad mit dieser Seitenleiste total Sinn. Finde ich richtig gut. Also das ist wirklich der einzige Grund, warum ich es mir installieren will. Bei Widgets finde ich witzlos leider, dass das nicht super benutzbar ist. Aber gut, Scribble auch noch ein bisschen vielleicht. Aber da habe ich richtig Lust drauf. Kalle, warum installierst du dir das gerade? Einfach so oder weil du was Bestimmtes ausprobieren willst? Nö, also ich bin am meisten gespannt auf das Scribblen tatsächlich, um einfach mit dem Arbeiten, mit dem Pencil das irgendwie noch voranzubringen. Und mal gucken, ob ich dann den tatsächlich nicht mehr so oft immer an der Seite klemmen muss, wie ich das jetzt noch mache. Und das iPad nicht immer nur an der Tastatur klemmt, sondern ich wirklich besser damit einfach in der Hand, auf dem Schoß, wie auch immer, so arbeiten kann. Das macht schon viel her, glaube ich. Und ja, wie gesagt, also ich habe noch 15 Minuten, da ist er installiert. Und dann gucken wir mal. Es wird wahrscheinlich jetzt, wäre der Folge jetzt nicht mehr beredet, aber machen wir dann schon. Genau, cool. Da können wir ja nächste Woche nochmal drüber sprechen. Dann ein bisschen, wenn wir ein paar Erfahrungen gesammelt haben. Ich werde es definitiv auch heute noch machen oder spätestens morgen. Ich habe auch immer noch Lust, Big Surveys zu installieren. Ist das eigentlich auch als Public Beta rausgefallen? So wie ich das jetzt überflogen habe, ja. Also eigentlich alle, sogar WatchOS diesmal. Ja, das war ja angesagt, dass WatchOS kommt. Aber da sehe ich noch von ab. Ist natürlich auch eine Sache, ne? Da sehe ich, na, da weiß ich nicht, für das iPhone und für den Mac, glaube ich, will ich erstmal nicht machen, weil ich es einfach, da sind mir die Geräte noch so zu wichtig, also was die Produktivität angeht. Beim iPad ist es nicht ganz so wild. Ich meine, ich habe jetzt ein Backup natürlich vorher gemacht. Da müsste ich mal so eine bootable SSD irgendwie einfach mal einrichten mit Big Sur drauf, weil, ja, dann könnte man es halt ganz entspannt benutzen und einfach mal ausprobieren, wie es so läuft und wie es sich so anfühlt. Ich habe ja noch ein zweites MacBook, aber das ist halt schon, das ist noch so ein MacBook 13 Zoll in dick mit CD-Laufwerk. Ähm, da ist es, wenn es das überhaupt dafür noch gibt, äh, dann das Update wahrscheinlich nicht mal. Äh, da ist es natürlich wahrscheinlich auch kein cooles Feeling, wenn du nicht die coolen neuen Features alle so drauf hast, weil das halt so ein altes Gerät ist. Dann bringt es irgendwie auch nichts, ja, für die Optik, das kann ich mir auch Screenshots angucken, also, ähm, mal gucken, mal gucken. Aber ja, auf dem MacBook ist es mir eigentlich auch ein bisschen zu heiß. WatchOS, äh, habt ihr wahrscheinlich jetzt noch nicht gesehen, dadurch, dass es jetzt gerade erst kam, aber gibt es einen Weg, dann die Uhr wieder zurückzusetzen? Weil das war ja mal das Problem mit der, mit der Developer-Beta, dass wenn die Uhr dann gecrashed ist, dann war sie kaputt. Aber dann müssten sie ja für die Public-Version irgendwas gemacht haben, sonst können sie das ja den Leuten nicht anbieten. Können nicht rein, weil sie die Uhren kaputt gehen. Ich habe auf jeden Fall noch nichts dazu gelesen jetzt hier gerade. Aber, ja, da müssen wir mal gucken. Wir werden es in den nächsten Tagen nochmal sehen, die, die News ist wirklich sehr, sehr frisch. Ähm, da haben wir dann nochmal ein Auge drauf. Okay, äh, Tim hat noch was in die, ins Intro gepackt. Und zwar, genau, ähm, nur weil, also das war vielleicht jetzt nicht direkt so klar, aber, ähm, Apple hat ja angekündigt, dass sie quasi auf ihr eigenes, äh, auf ihre eigenen CPU wechseln, also auf ARM. Und, ähm, Intel, äh, ist ja quasi eigentlich der, der ursprüngliche Erfinder von Thunderbolt, also quasi den einzigen Ports, die mittlerweile am MacBook übrig geblieben sind. Und, ähm, und es war dann nicht ganz so klar, ob, äh, die MacBooks weiterhin Thunderbolt haben werden, weil, ja, es ja eigentlich quasi Intel ist, äh, die dahinterstehen. Und, ähm, ohne Intel-Prozessor kein Thunderbolt, dachte man vielleicht. Aber es wurde jetzt tatsächlich bestätigt, dass Apple zusammen, ähm, mit Intel das machen wird, dass auch bei den Apple-Prozessoren, äh, Thunderbolt weiterhin unterstützt wird. Ähm, was natürlich, ja, sehr wünschenswert ist, weil, äh, ich wüsste jetzt nicht, auf was sie dann wechseln wollen, ähm, gerade auch jetzt, wo man, wo Thunderbolt 4 rausgekommen ist und, ähm, da so ein paar Neuigkeiten einfach schlecht gewesen wären, wenn, äh, wenn Apple dann sagt, ja, ach so, mit den neuen Chips kann man übrigens keinerlei Thunderbolt benutzen. Ähm, das wäre ungünstig. Ja, genau, habe ich heute auch gelesen noch, ähm, gute Sache, dass sie sich dafür entschieden haben, war aber, wie du schon sagst, eigentlich auch recht logisch, dass das passiert, also, alles andere wäre schon sehr, sehr fragwürdig gewesen, ja, an der Stelle. Apropos fällt mir gerade was ein, Tim, hast du die letzte Folge eigentlich gehört? Ich habe ein Code-Wort für dich versteckt. Habe ich tatsächlich nicht geschafft. Ah, das ist natürlich schlecht. Ja, also, wer demnächst hier Urlaub hat von uns, immer aufpassen, es könnte, äh, Code-Worts als Hausaufgaben geben. Ähm. Aber dann, äh, lassen wir das, dann sage ich jetzt auch nicht, was es für ein Code-Wort war. Okay, dann muss ich die nach und nachhören. Genau. Ich komme halt im Homeoffice oder zu Hause im Urlaub jetzt gerade eh nicht richtig dazu, Podcasts zu hören, deswegen, ja. Dann beim nächsten Mal, wenn du es weißt, kannst du ja Bescheid sagen nochmal. Ja, dann mache ich das auf jeden Fall. Sehr gut. Okay. Äh, ja, eine Sache können wir eigentlich abkürzen so ein bisschen, wir haben ja gerade schon ein bisschen über die Public-Beta gesprochen, äh, ich hatte es hier noch einmal, als, äh, dass die Dev-Betas in zweiter Version jetzt rausgekommen sind, gestern oder vorgestern, und, ja, eben heute die Public-Betas. Äh, habt ihr irgendwas gelesen, irgendwelche wahnsinnigen Änderungen der, der, in den Dev-Betas? Ich, was ich so gesehen habe, war alles recht klein eigentlich, und, äh, also neues Kalender-Icon, was irgendwie um einen Millimeter, äh, bearbeitet wurde, keine Ahnung, was da der große Unterschied ist, also ich sehe es, wenn man es ineinander hält, sieht man es, aber ansonsten, äh, eigentlich nicht so wirklich. Habt ihr irgendwas gesehen oder gelesen, was irgendwie spannend ist? Nö, also nichts, was wir nicht schon irgendwie genannt hatten mal irgendwann, oder was irgendwie genannt wurde schon. Also ich hab dazu, ehrlich gesagt, auch noch nicht viel gelesen, nee. Es gibt ein Feature, das mich so ein bisschen irritiert, äh, also ich verstehe den Sinn nicht so ganz, dass es, ähm, also diese, dass die Einstellungs-App jetzt irgendwie die Möglichkeit hat, also es wird dir keine Updates installieren, wenn du, äh, Musik abspielst. Also es sagt dann, das Update cannot be installed while Audio is playing. Ähm, das, äh, okay. Ich verstehe das irgendwie nicht so ganz. Ja, eben, also dann, dann, dann updatet doch, ich hab doch auf Update gedrückt, also wenn da Musik spielt. Gut, das ist ja immer ein automatischer Update, aber dann macht das Einfone ja eh alleine, also irgendwie auch nachts und nicht irgendwie, wenn, wenn man irgendwie gerade Musik hat und da drinnen steht. Vielleicht, äh, wenn man als DJ oder so gerade im Club ist und versehentlich auf Updates installieren gedrückt hat oder so. Und, ähm, das ist aber schon sehr, äh, dann geht auf einmal, äh, die Musik aus und der Club ist leise, weil, äh, dann hört man nur noch die, die Startmusik dann irgendwann vom, vom Mac jetzt ja jetzt wieder. Vielleicht haben einfach viel, vielleicht haben einfach viel zu viele, viele Leute, ähm, welche Playlisten irgendwo zu laufen, so in irgendeinem Betrieb oder was, was weiß ich, irgendwo zu Hause bei irgendeiner, wenn man zu Hause sitzt mit Freunden oder sonst was. Kann ja sein, das ist so viele, das ist so, so, äh. Oder in Cafés oder so. Ja, zum Beispiel, ne, dass es jetzt so einschlagend war, die Zahl, dass, äh, dass sie gesagt haben, als da, wenn Musik läuft, dann soll das bitte auch nicht unterbrochen werden oder so. Dadurch, ja, macht für 0,001 Prozent macht's vielleicht Sinn. Ja, ich wollte gerade sagen, leuchtet mir immer noch nicht so wirklich ein, aber gut, äh, wird bestimmt irgendeinen Grund haben, vielleicht erklärt das, dass Apple ja auch nochmal in Zukunft, warum sie das gemacht haben oder was da der Hintergrund war. Aber wenn wir es irgendwann verstehen, ähm, vielleicht haben sich wirklich, wirklich einfach viele beschwert, dass sie beim Musik hören, dass sie das Update nicht machen wollten, so weil sie gerade Musik gehört haben und dann unter der Dusche auf einmal keine Musik mehr lief. Kann ja sein, ne, ähm, trotzdem sehr merkwürdig irgendwie, komisch, komische Kiste. Vielleicht wenn, also für so, für so Hintergrundinstallationen von Backups vielleicht, also dass man, wenn das halt irgendwo liegt, das iOS-Gerät im WLAN und halt, keine Ahnung, ja, Playlisten streamt. Äh, äh, und es läuft halt Musik und du möchtest nicht, dass es unterbrochen wird, weil er sonst ja quasi mittlerweile die, auch die, die richtigen System-Updates automatisiert machen kann. Aber macht er doch nachts dann, oder nicht? Das macht er doch, wenn's ein iPhone lädt und wenn nachts ist. Ja, also vielleicht, weil, keine Ahnung, für so Geräte, die halt immer am Strom sind, weil sie halt irgendwie einfach nur als Abspielgerät benutzt werden, irgendwie so ein iPod oder was weiß ich, iPod Touch. Ähm, also das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Ja. Möglich. Möglich ist es, wer weiß, ja. Ähm, kann natürlich, äh, viele Gründe haben. Wie gesagt, vielleicht kriegen wir die ja noch raus. Ansonsten, ja, so viel war jetzt bei iOS zumindest nicht. Es gibt jetzt ein Widget für die Dateien-App, dass man die zuletzt benutzten Dateien, äh, oder zuletzt geöffneten Dateien, äh, sich in einem Widget anzeigen kann, mit zwei, ähm, zwei Formaten. Ja, ist jetzt auch nicht so mega, so mega spannend, glaub ich. Ähm, es ist ja, man nutzt die File-App sehr viel. Vielleicht ist es auf dem iPad sogar gar nicht so Unsinn, irgendwie in der Widget-Zentrale da, äh, das, das zu haben und da irgendwie ein bisschen Überblick zu haben, wenn man da viel mit Dateien rumhantiert, äh, dann ist es ja eigentlich gut. Aber sollte nicht auch, das weiß ich jetzt gar nicht, auf iPadOS die Suche so verbessert worden sein, dass man auch Dateien finden kann damit? Oder hab ich mir das eingebildet? Ähm. Also er sollte, glaub ich, in, in den Apps suchen, also in Pages, in, und so weiter. Oder so war das. Ich weiß nicht, ob er auch quasi in Dateien sucht. Stimmt, aber so war das. Also höchstens halt in Dokumenten. Ja, so wie du sagst, ja, stimmt. Ja, dann, äh, okay. Also wenig, wenig Neues irgendwie in der zweiten Beta-Runde schon. Äh, nur so paar ganz kleine Kleinigkeiten. Ich mein aber, ich hab gehört, was, also von dem, was ich jetzt gehört hab, soll's wohl aber dennoch für eine erste Beta auch schon sehr gut gelaufen sein bisher. Ja, also ohne wenige irgendwie Fails oder so, oder dass irgendwas kaputt gegangen ist. Also das ist ja schon mal nicht schlecht. Vielleicht dann Apple lieber kleine Schritte mit den ganzen Dev-Betas machen und dann, äh, äh, wird's irgendwie auch mal was dann, wenn das Public Release dann irgendwann raus ist. Ähm. Im gleichen Atemzug hab ich grad noch gelesen, dass, äh, die Golden Master von 13.6 veröffentlicht wurde. Äh, iOS 13.6. Das heißt, wir werden da wahrscheinlich auch bald was bekommen, ja. Wenn die Golden Master draußen ist, dann dauert's ja normalerweise nicht mehr so lange. Ähm, aber auch da sind ja Features jetzt nicht so, also, wenn man noch kein K-Key-Auto hat oder irgendwie, äh, und Apple News haben wir auch nicht. Also, für uns wird's da wahrscheinlich eh nicht viel geben, was da an Updates kommt, ne? Ja. Aber ja. Es werden auf jeden Fall, äh, ja, wieder Updates, äh, runtergeladen. Und wir werden mal gucken. Wie gesagt, also probieren wir das auch mit iPadOS und dann können wir nächste Woche nochmal berichten, ne? Dann geht ja jetzt seit ein paar Wochen, seit ein, zwei Wochen, gehen ja jetzt die ersten iPhone-12-Dummys irgendwie durch die, durch die Videos und durch die Presse und durch, durch, äh, irgendwelche Internetseiten. Und ich hab ein, äh, Video von, äh, MKBHD gesehen, wo er das auch so per Dummy gezeigt hat. Und er hat, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das Video. Nee, das Video nicht. Bisher. Nee, leider noch nicht, ne? Ich kann euch ja mal ganz kurz, so als kleinen, als kleines, äh, eine kleine Anregung dafür mal das schicken. Ich hab nämlich, das Thema nennt sich jetzt hier gerade, äh, mysteriöser Button beim iPhone-12. Und ich schick euch mal, wie das aussieht. Als Screenshot. Komm mal hier. So, solltet ihr jetzt sehen im Discord. Und da ist tatsächlich ein Button auf der linken Seite. Das ist natürlich nur ein Dummy, ne? Das ist klar. Äh, und der ist unten links. Weil man es jetzt quasi mit dem Display zu sich hält. Der sieht aus wie dieser, ähm, der Smart-Connector, oder? Das war doch auch eine Zeit lang, dass man gesagt hat, eventuell kommt da ein Smart-Connector dran. Ja, aber es soll wohl vom, vom Feeling her wohl ein Button sein. Aber wie gesagt, natürlich nur auf dem Dummy. Die, die den Dummy gebaut haben, wissen natürlich auch wahrscheinlich auch nicht, was es ist, wenn sie, wenn sie, wenn da überhaupt was ist, ja. Ich glaube, es war in diesen, in diesen Cut-Files, also in diesen 3D-Files, die sie den Leuten, den Case-Makern immerhin zur Verfügung stellen, ähm, war das wohl drin. Äh, und dann war ja nicht ganz klar, ob es eben dieser Smart-Connector ist oder ein Button, also vielleicht ein Kamerabutton, wenn sie halt sagen, okay, wir haben die geilste Kamera und wir wollen, dass die Leute darauf schnell zugreifen können und, und geil Fotos machen können und so. Also, ich fände es cool, ähm. Ich auch, ich muss dazu sagen, also, wenn man jetzt mal runter bricht, die Kamera ist wahrscheinlich so eins der drei wichtigsten Features auf dem Telefon mittlerweile, ne, oder vielleicht so, vielleicht auf jeden Fall für die meisten oder wahrscheinlich für alle in den Top 5. Ähm, dementsprechend, ähm, da einen sehr schnellen Zugriff, außer jetzt diesen Home, äh, Home-Button-Knopf zu haben, da, den man da drücken kann, den, glaube ich, auch nicht so, gar nicht so viele nutzen, oder dieses Rüberwischen, äh, über einen gesperrten Bildschirm, äh, kann ich mir auch vorstellen. Also, ich würde es, ich würde es gar nicht so schlecht finden. Und dass sie das darüber nachdenken oder das zumindest irgendwie auf dem Schirm haben, zeigt ja auch dieser, der Smart-Battery-Case für das iPhone. Ja. Ähm, wo nämlich auch für den neuen, für die 11er, äh, ein, äh, Quatsch, ein Foto-Button dran ist, quasi, äh, der wohl, ich glaube, man hat das, man hat das, als sie, iFixit hat das irgendwie geröntgt, äh, quasi, der geht vom, ganz interessant, über den, über den Lightning-Connector, äh, ist der verdrahtet. Und, äh, ja, fungiert im Prinzip als Kamera-Button, das weiß dann halt das iPhone, äh, deswegen wäre es jetzt gar nicht so abwegig, dass sie sagen, okay, äh, die Leute haben es voll gefeiert, dass wir, äh, da einen Kamera-Button einbauen und, ähm, wir haben halt, ja, wir haben die geilste Kamera, wir wollen, dass die Leute schneller die Momente in ihrem Leben, die wichtigen Momente festhalten können. Ähm, ähm, und, äh, das ist possible with the new iPhone 12, äh, faster as, as always. Also, keine Ahnung, äh, so könnte ich mir vorstellen, dass sie dann direkt sagen, okay, mit dem iPhone 12 kann man die wichtigsten Momente so schnell wie noch nie festhalten, dank des revolutionären Kamera-Buttons. Kalle, was denkst du, was könnte, was könnte das für ein Button sein? Bringst du auch einen Kamera-Button? Ich überlege die ganze Zeit schon, auf Kamera-Button wäre ich tatsächlich als erstes gar nicht gekommen, aber macht voll Sinn und ich finde es auch total gut, wenn man von überall. Siri, zweiter Siri-Button. Ja, ja. Genau. Der Bixby-Button. Wenn man von überall aus, jeder App, egal wo man ist, egal wie und woher und warum, äh, da draufdrücken kann, ist die Frage, ob man nicht zu oft aus Versehen draufkommt, so. Ja. Ja, gerade, gerade da, wo du quasi. Aber sowas ist aber Apple eigentlich immer sehr gut mit, dass Sachen nicht versehentlich passieren können. Vielleicht, dass man doppelt drücken muss oder so. Ja, sowas. Und dann, ja. Oder das ist vielleicht, äh, also ein Fingerprint-Sensor wird es nicht sein, oder? Obwohl, man hält es ja so in der Hand, ich weiß nicht. Meinst du, sie gehen auf den, auf den Button an der Seite, den, den, äh, Sony-Move? Ich fände es aber gut, ich finde es gut, ich finde es wirklich nicht schlecht, diese, im, im, quasi, im Sperrbutton den, den, den Fingerprint-Reader, da drin zu haben, wie sicher der auch immer ist mit seiner Dicke, aber, äh. Aber dazu wäre er doch an der falschen Stelle, oder? Ich finde es gar nicht schlecht. Also für Rechtshänder auf jeden Fall. Nee, ist halt kein, ist halt kein Powerbutton, aber es halt zum Rand. Ja, 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 klar. Für Rechtshänder wäre es ja okay, für Linkshänder wäre es doof, weil die den Handballender haben. Du hast den Handballender auch. Wenn du dein iPhone, also wenn du dein iPhone hältst, hast du da, ist genau da dein Daumen, quasi, deine Hand. Also außer du hältst dein, dein Handy so auf den letzten zwei Zentimetern. Wenn ich das iPhone mit der rechten Hand halte, hier, dann ist doch hier der Button. Also du würdest dann quasi mit deinem Mittelfinger entsperren. Ach, fuck, ich hab den, ah, okay, ich hab das, äh, das Bild falschrum gesehen. Ja, das ist links. Ja. Ah. Also möglich. Interessant. Ja, vielleicht, ja. Aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, ob sie daraus noch auch so einen Button machen, worauf man auch die Assessive Touch, äh, oder was ist was, äh, Assessive Touch. Oder generell irgendeine Funktion. Oder irgendeine Funktion, ja. Eine generelle Funktion. Doppelt und dreifach und. Ich hab jetzt gesehen, was, äh, was mein Problem war, äh, in dem Video, was er hat. Da hat er quasi auf der einen Seite den Button, auf der anderen Seite diesen, Ja, ja. Diesen Connector. Okay, ja, gut. Das ist verwirrend. Dann haben wir ja quasi beides an dem iPhone. Das kann ja fast nicht vorstellen. Ich meine, wenn man sich die ganzen Dummies und so mal anguckt, das ist ja rein Theorie, also es sieht ja schon wieder nicht nach dem, klar, das, das, die Form, äh, der Formfaktor wird wahrscheinlich mega werden und, äh, wenn es 5G und so gibt, aber es wäre halt eine neue Funktion, die sie dem iPhone hinzufügen, um halt wieder diesen Mehrwert zu schaffen, ne, weil wenn man sich das jetzt anguckt und das Ding, die Dummies haben keinen Litersensor, das muss aber gar nichts heißen, ähm, kann aber sein, dass sie dann einfach sagen, okay, da müssen wir jetzt vom, zwar ist die Form anders, aber wir müssen es irgendwie vom Pro-Modell, äh, Pro-Modell auch nochmal abheben wieder ein bisschen, ne, ne, und dass die Hardware auch sich irgendwie, äh, ja, verändert oder irgendwie anders ist oder mehr kann eben als, als beim 11 Pro, so, das, das könnte man, das könnte ja tatsächlich sein. Aber mit der Position des Buttons auf der linken Seite finde ich das sogar eigentlich echt geil, weil wenn du dir vorstellst, wie du das Handy hältst, dann, dass du quasi unten immer mit dem Daumen drauf drückst. Ja, ja, äh. Okay, alle sehen es gerade nicht, aber Tim hat gerade sein Handy vor seinem Gesicht gehalten und hat ein Foto gemacht quasi. Ja. Im Querformat. Also, finde ich gut, finde ich gut, vor allem, dass sie dann quasi damit zeigen, man soll mehr Fotos im Querformat machen. Ja, das ist, das ist wirklich sehr gut, dass die Leute das damit so beibringen können. Ähm. Ja, an sich kann man, an sich kann man ja auslösen mit der lauter Taste, ne, oder mit, glaube ich, beiden, ne. Ja, gut, das stimmt auch wieder. Aber, ja, das ist auch richtig, ja. Aber dahin zu kommen, ne, das ist ja der Punkt, schnell hinzukommen, ja. Und dann, und dann noch auslösen. Genau, es ist nicht nur der Auslöser, sondern, genau. Ja, ist bestimmt, äh, es ist auf jeden Fall ein Mehrwert für das neue Telefon, das stimmt. Es wird ein Siri-Button, Jungs, ihr wisst es. Es wird ein Siri-Button, der nicht remappable ist, so wie, wo, so wie Samsung, haben sie sich gedacht. Wenn Samsung das kann, dann machen wir das auch einfach. Aber wartet mal ab, vielleicht ist nachher wirklich sowas, ja, mit dem neuen Siri, dass dann irgendwie, dann haben sie sich gedacht, jetzt eh nicht mehr, dann lange über einen Haufen, äh, äh, normalen, äh, Sperrbutton drücken oder so. Äh, ich hoffe nicht, dass Apple den Weg geht, aber ich, also, alles spricht für den Kamera, es fällt uns aber auch, und wir gerade merken auch nichts wirklich Besseres ein, außer vielleicht noch einen Fingerabdruck. Turbo-Button fürs Gaming. Aber, aber natürlich nur ein Fingerabdrucksensor wäre dann irgendwie auch lame, sag ich jetzt mal, extra dafür, einen Button zu machen wäre, auch Quatsch irgendwie, ja. In, in Display, Fingerprint-Reader, change my mind. Ja, mal gucken, mal gucken. Ich glaub's noch nicht, ich glaub's noch nicht bei der nächsten Generation, aber. Nee, das auf jeden Fall nicht. Aber, aber. Ja, das, dahin sollten's gehen, auf jeden Fall. Tja, ich wüsste sonst wirklich auch gar nichts weiter, was das noch, was das noch sein könnte. Ähm, es gibt halt auch nicht so viele Möglichkeiten, weil die Position halt auch so merkwürdig ist, ne? Also so ein bisschen, äh, sehr weit weg. Aber wie gesagt, am Ende sind's nur Dummies, am Ende muss es überhaupt nicht stimmen, dass es, dass es wirklich dann irgendwie was hinkommt. vielleicht ist es dann auch noch aus einem sehr alten Rendering oder so, wo man angedacht war, da einen Smart-Connector hinzumachen oder so. Obwohl, also hat einer guten Grund für einen Smart-Connector auf dem iPhone? Nee. Nee. Also ich eigentlich auch nicht. Magic Keyboard fürs iPhone. Genau, wow. Das, äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Also, ich weiß es auch nicht, ja, also. Mini, Mini-Pen für die Seite, dass man den zurückklippen kann. Genau. Aber das würden sich, glaub ich, viele wünschen, also so einen kleinen Stift fürs iPhone. Wie so ein richtig runter, runtergekauter, kleiner Bleistift, der so seit 30 Jahren benutzt wird und immer, immer kleiner wird. Genau. Ja, Apple Pencil Mini. Oh Gott. Das hoffentlich nicht. Apple Pencil SE. Genau. Aber würde halt ja natürlich mit der, mit der jetzt eckigeren Form wahrscheinlich, dann würde's ja halt gehen, ne? Könnte man ja halt da ran machen, so. Ja, das stimmt. Ging halt vorher nicht. Aber es ist dann schon weird, den irgendwie sich damit in die Tasche zu stecken, wenn der Stift da so dran klebt. Weg. Direkt. Einen Tag dran, verloren. Ja. Nobody wants to do this. Das hat Samsung schon besser gemacht, ne? Damals. Ja, das ist ja schon. Das war ja damals. Zumindest nicht auf resistiven Touch-Displayers, ja. Genau. Also, ich weiß nicht, ne? Also, ich mein, Samsung hat's ja da ganz gut gelöst eigentlich, dass es im Gerät drin ist. Wenn man das Ding wirklich haben will, so, dann ist es ja okay. Und die sollen ja nicht weg sein. Ich finde aber geil, dass Samsung erst mal zu dem Punkt kommen musste, dass sie festgestellt haben, dass die Leute den Fallschirm reingesteckt haben. Ja, stimmt. Wo du den dann nicht mehr rausbekommen hast. Ja. Äh, den nachfolgenden Generationen des Notes, das quasi nicht mehr möglich war. Ja. Das hätte ich mir so, oh, das muss das schlimmste Gefühl sein. Du steckst den S-Pen rein, falsch rum. Ja. Und, ja, vorbei, kriegst du nicht mehr raus, kriegst du Schrott. Tja, deswegen heißt es ja wahrscheinlich S-Pen, vielleicht. Wer weiß. Das könnte einer der Gründe sein. Ja, wir werden sehen, was der Button so bringt. Wir werden das weiter beobachten. Und wenn sich neue Gerüchte auftun, hört ihr es hoffentlich hier zuerst. Ganz kurz. Tim, ja. Topic Samsung. Habt ihr gehört, dass deren neue Kopfhörer Beans heißen sollen? Beans? Beans. Echt? Samsung Beans. Okay. Ja. Das ist ja merkwürdig. Weil, ja, keine Ahnung. Bohnen in die Ohren stecken. Bohnen in die Ohren, ja. Wenn die so aussehen. Aber selbst das ist trotzdem der Name. Hoffen wir, dass es ein Projektname ist. Ein interner Projektname. Der nie nach außen dringt. Also quasi zumindest nicht für das Gerät an sich. Das wäre wirklich gut, ja. Okay. Wir bleiben noch kurz beim iPhone 12. Und zwar gibt es jetzt wieder erst auch zu den Dummies und generell allem, was so durch die Medien ging, dass das iPhone 12 wahrscheinlich, also das Standardmodell, jetzt nicht das Pro, sondern das Standardmodell, so groß sein soll wie das SE. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen kleiner. Mit den 4,8, ne? 4,8 Zoll. Genau. Das ist ein bisschen kleiner als das SE. und damit ein bisschen größer als das 5S. Also, dass wir noch von 5S reden, ist eigentlich ein Ding. Oder SE. Also das erste SE. Genau, oder den zweiten SE. Also zwischen beiden SEs. Das erste SE, genau. Richtig. Und da gibt es ja auch so eine Grafik, die das alles so nebeneinander legt. Also, ich weiß nicht. Also, was meint ihr? Könnte das sein? Also, das Pro wird dann ... Ich kann mir die ganzen Geräte nicht auseinhalten, was hier was ist. Schon gut vorstellen, weil das waren ja auch die ursprünglichen Displaygrößen, wie sie quasi vergerüchtet wurden. Allerdings finde ich interessant, dass jetzt irgendwie alle halt ihre Case-Dummies irgendwo aus China kaufen. Aber es sind auf einmal nur noch drei Geräte. Also, wir haben nur noch das kleine iPhone. Und dann das iPhone 12 und dann auf einmal das 12 Pro und 12 Pro Max. Stimmt. Was quasi noch größer ist als das aktuelle 11 Pro Max. Und ja, also an sich finde ich es ehrlich gesagt ... Weiß ich noch nicht genau. Ich finde es eigentlich ganz gut. Ich bin mittlerweile mit der Größe von dem 10er zufrieden. Für die Hantierbarkeit so. Hatte mir aber, als ich umgestiegen bin, vom 7er ein bisschen kleineres Gerät gewünscht. Deswegen bin ich nicht auf das 10R gegangen. Und ich glaube, das könnte schon viele Leute begeistern quasi, die einfach wirklich nur ein kleines Gerät haben wollen. Die darauf nicht groß irgendwie, keine Ahnung, Filme gucken oder so, YouTube gucken, sondern einfach nur so ein schickes Business-Handy oder so, was gut in der Anzugtasche, in der Anzughosentasche passt, da nicht so bulky ist oder so. Ja, kann ich mir schon gut vorstellen. Dann einfach das 12er-Barm ist dann auch nicht so teuer. Also, kann schon sein, ja. Naja, es gab ja auch einen Grund, dass nach dem 6S, dass das erste SE kam. Und weil einfach die Leute, ja, das Fünferdesign einfach super fanden und auch von der Größe her. Und da hieß es immer, ich habe so oft gehört, du bist so groß, du bist so groß, schon das normale 6. Also, kann ich eigentlich nicht verstehen. Aber ich denke schon, dass es gut gehen wird. So, dass es genau das ist. Das ist voller Bildschirm, aber klein gehalten so. Deswegen, so wie du sagst, eigentlich, ja. Wahrscheinlich perfekt für so die durchschnittliche Handgröße, dass man quasi gerade so einhändig an alles drankommt. Mit dem 10er ist es da schon manchmal, dass ich so diesen Reachability-Modus, wo man das so runterzieht, nutzen muss, wenn man so ganz oben irgendwo dran will. Deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass sie sagen, okay, das 12er wird so. Aber irgendwie finde ich immer noch komisch, weil die Idee dann quasi nur so ein kleines Gerät für die in Einführungszeichen Massen zu haben und dann den Rest zum Pro-Modell, was irgendwie direkt wahrscheinlich 300 Euro mehr kosten wird oder so. Und ja, angeblich sogar eh schon alle Preise 50 Dollar mehr kosten werden, also alle iPhones. Ja, weiß ich nicht. Ich hoffe, sie kommen mit den vier Modellen, ehrlich gesagt. Also, dass man das normale 12 in zwei Größen hat und das Pro in zwei Größen. Ja, ich bin auch, ehrlich gesagt, ein bisschen unentschlossen. Also, ich verstehe es nicht so ganz. Wir haben das iPhone SE, warum muss man das machen? Aber ich meine, wenn es für die Leute ist, okay. Ich muss da gerade nochmal auseinanderklamüsern. Also, mein iPhone 11 hat wie viel Zoll? Ich weiß sowas nicht. 6,1. 5,2? 6,1. 6,1, ja. Achso, eher das 12, Entschuldigung, ja klar. Ja, 11. Das ist 11, ja. Und das soll das, 6,1 soll das 11 Pro in klein sein. Ähm, aber das würde ich ja eigentlich am besten finden, tatsächlich, wenn ich so überlege. Also, das 12er kommt dann nicht in Frage, auf keinen Fall. Also, kleiner würde ich tatsächlich nicht gehen wollen, was das angeht. Weil irgendwie, ja, also, der große, habe ich ja schon mal gesagt, der große Bildschirm ist schon gut. Wenn das jetzt noch die, und vor allem auch die Größe vom Telefon an sich, wenn das jetzt noch so die Specs von einem Pro hätte, dann wäre das schon sehr ordentlich. Vor allem die dünneren Displayränder, ne? Ja, ja, eben. Das wäre halt geil. Deswegen habe ich mich auch ultimativ nicht für das XR entschieden damals, weil es ist halt zusätzlich zu der Größe, zum größeren Display, hast du auch noch die größeren Displayränder und damit wird das Gerät dann einfach nochmal größer. Ja, das ist tatsächlich so. Also, ich habe da auch, braucht auch ein bisschen, um mich daran zu gewöhnen beim 11er. Ja, aber es geht mittlerweile, außerdem ist der Umstieg dann aufs 12 Pro dann ein cooleres Gefühl. 12 Pro Max Ultra, 512. Ich finde ja das 11 Pro Max ja jetzt auch nicht so mega groß. Also, ich fand es okay, ja, so mit einer normalen Apple-Hülle irgendwie drum und so, das passt schon. Aber ich glaube, wenn das 12 Pro Max jetzt nochmal größer sein soll, das ist ja dann bei 6,7 Zoll. Das ist vielleicht ein bisschen sehr groß. Ja, also 6,7, das ist ja wirklich nur noch 1,3 Zoll vom iPad Mini entfernt. Das ist nicht so viel. Wobei, auch nicht ganz richtig wegen anderem Displayformat, ne? Ja, das stimmt natürlich, klar. Aber wir wissen ja, wenn es die Telefone gibt, dann werden sie auch gekauft, obwohl man das nicht bräuchte. Es gibt ja genug. Also, naja, das Ding ist, wenn du dir überlegst, klar, du hast noch ein iMac zu Hause und ein iPad, aber es gibt viele Leute, die mittlerweile eigentlich nur noch ein Gerät haben. Das ist halt die iPhone. Ja, sehr viele. Und darauf YouTube konsumieren, Instagram konsumieren, aber eben auch, keine Ahnung, mal eine E-Mail schreiben oder in einem Online-Shop einkaufen. Und ich finde das schon immer ein bisschen beklemmend, irgendwie in so einem Online-Shop einzukaufen, wenn du nur so ein Mini-Display hast. Und, klar, manchmal mache ich das, aber manchmal finde ich es auch der Übersichtlichkeit halber einfach nicht geil. Deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie sagen, so, wir machen jetzt quasi einen richtigen Klopper. Das ist dann so für die Handtaschen, so, und für die Slings und für die Tickertaschen, weil in normal große Hosentaschen passt das dann nicht mehr rein. Beziehungsweise, man ist ja den ganzen Trend quasi schon voraus, indem man einfach diese Handyketten trägt. Also, das Handy kriegt seine eigene Schnur um den Hals. Da ist dann die Größe auch egal. Ja, das Handy ist so Handtasche geworden, das ist schon stark. Ja, genau. Eigentlich krass, oder? Aber das ist ja alles drin. Du hast deine Schlüssel da drin, wenn du irgendwie Smart Home hast mit Nuki oder so. Du hast dein Portemonnaie da drin mit Apple Pay. Okay, demnächst hast du da noch deine Autoschlüssel drin mit Kaki. Ja, und dann fehlt eigentlich nur noch, keine Ahnung, Toilettenartikel und eine Haarbürste oder so. Oder weiß ich nicht. Also, ja, da ist schon angebracht, dass es auch seine eigene Schnur um den Hals bekommt. Das Louis Vuitton Etikett fehlt auch noch. Solche Marken sollten eigentlich so eine Hülle zum Umhängen rausbringen, oder? Also, Louis Vuitton Handykette für 150 Euro. Also, Hüllen machen sie auf jeden Fall. Ja, das weiß ich. Die Hülle kostet schon definitiv mehr. Ja, 400. 400 plus. Und dann kannst du für die Kette nochmal 600 abdrücken. Aber das ist es. Wird kommen. 100 prozentig. Für die großen. Klar, auf jeden Fall. Hä, das wäre eigentlich Next Level, so. Allerdings, ich muss immer sagen, ich finde diesen Vorteil der großen Geräte, ich finde das gar nicht. Also, ich hatte ja damals auch dann 6S Plus und 7 Plus und so. Es war noch ganz cool, wo die noch so diesen Querformat-Vorteil hatten so ein bisschen, dass man das auch so nutzen konnte. Aber irgendwie hat man es auch nicht genutzt. Also, am Ende ... Ist einfach nur alles größer. Genau, also so richtig, ja. Aber klar, für die Leute, die es halt wirklich nur ein Gerät haben, macht es natürlich definitiv Sinn, sich da ein bisschen mehr austoben zu können. Also, ich bin gespannt, ob das wirklich ... Also, wenn das Standardmodell wirklich so klein wird, in Anführungszeichen klein, dann ist es schon ... Das wäre schon hart. Ja, ich verstehe es. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber vielleicht sagen sie auch, die Leute haben eh alle irgendwie das 11er gekauft und das 10R. Die werden jetzt nicht direkt upgraden. Dann machen wir jetzt eine Runde, ein Jahr lang quasi kleines Handy für alle Leute, die noch auf dem 7er oder 8er oder 10er rumschmieren und sagen, ey, aber eigentlich sind wir das fast schon zu groß. Und alle Leute, die jetzt upgraden wollen, ein bisschen größer, die nehmen dann halt direkt das Pro. Und dann haben wir das abgedeckt. Und nächstes Jahr gibt es dann wieder quasi ein größeres, normales iPhone 13 oder 12s oder so. Könnte auch sein. Ja, vielleicht ist das wirklich so eine Reaktion darauf. Ich meine, Apple wird wissen, wie viele Leute neue Geräte kaufen jedes Jahr und wie viele wirklich ... und wie viele Leute wirklich Jahre mit ihrem ... Also, ich kenne auch Leute, die ein 6s noch haben. Ja, auch in der Familie auch. Also, und es funktioniert auch noch komplett. Es ist ausreichend, hast einen Akkuwechsel gemacht, so. Also, 6s, 7, das sind immer noch Top-Geräte, so. Also, wir haben selbst sogar noch ein 5s, was quasi so als MP3-Player seinen Dienst verrichtet. Und auch das ist immer noch voll in Ordnung. Ja, spricht ja eigentlich nur für Apple. Ja, muss man ja auch wieder an der Stelle nochmal sagen. Okay, ja, dann schauen wir einfach mal, was passiert und was wir da in den nächsten Wochen noch sehen werden. So lange, ich meine, was haben wir jetzt? Juli? Ja gut, ist noch ein bisschen, aber die Zeit rückt immer näher. Und wie das ja meist so ist, die Leaks sind ja oft dann schon ... Also, irgendwann stimmen sie ja dann irgendwie doch. Oder habt ihr eine Keynote, an der ihr das letzte Mal richtig überrascht wurdet, wo ihr sagt, damit hat niemand gerechnet? Oh Gott, ich glaube nicht. Deswegen mag ich die WWDC so sehr, weil so Software-Sachen immer selten vorher großartig durchsickern irgendwie, und man wirklich noch komplett überrascht werden kann. Aber das letzte Mal war es, glaube ich, bei der ... Also, bei AirPower war ... Also, das war schon cool, zumindest die Ankündigung. Rest in Peace an der Stelle. Und ... Ja, das letzte Mal, glaube ich, war der Apple Watch. Also, Rest in Peace und Back from the Dead. Wir hatten letztens sogar geredet, ne? Lass uns mal gucken. Ja, Apple Watch war, glaube ich, das letzte Mal, wo ich dann bei der Keynote so ... Da wusste man auch, dass was kommen soll, aber man wusste noch nicht so viel. Ja, der Effekt war schon sehr schön. Bei der Apple Watch damals. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, an die Keynote, wo die Apple Watch vorgestellt wurde. Wo er mit erhobener Faust, mit erhobener Faust reinkam, zum Guck. Und da gab's ja nur dieses Ankündigungsvideo, und dann wurde das ja auch erst ein Dreivierteljahr später, oder so kam die auch erst auf den Markt dann. Ähm, äh, aber das war halt, ja, also, das waren auch so diese Momente, ne? So viel überraschen können sie uns halt derzeit irgendwie nicht mehr durch diese ganzen Leak-Geschichten und so weiter, ja. Also, wie gesagt, umso ... Wenn du dir das anguckst, das Galaxy Note, das Neueste, ist jetzt auch komplett mit hochauflösenden Fotos geleakt, so, also vorne, hinten im Vergleich zu dem vorherigen Note, so, da gibt's keine Neuerungen, äh, keine Überraschungen mehr zu dem Gerät, äh, außer Hals-Softwaren. Stimmt. Ja, auch so Sachen wie dieses Fold von Samsung und so, das ist ja auch alles schon vorher draußen gewesen, irgendwelche Pressebilder und so. Und es ist ja auch nicht so, dass Apple nicht auch manchmal irgendwie einen Tag vor der Keynote schon auf Twitter versehentlich irgendwelche Bilder postet von dem neuen iPhone, irgendwelche Pressebilder oder die neue Apple Watch damals, Apple Watch 4, äh, ja, weiß ich nicht. Ich find's schade, also, der Überraschungseffekt ist meistens weg, man fühlt sich dann oft eigentlich nur bestätigt, wenn's dann soweit ist, sagt dann, ja, haben wir ja gewusst, dass das so kommt, aber gut, wir freuen uns natürlich trotzdem drauf, da geh ich mal ganz stark von aus. Ja, ich find's immer ein krasses Thema mit den ganzen Leaks oder vorab, äh, weiß ich nicht, wenn irgendjemand da was sieht in der Produktion oder so, ne? Damals wurde's ja richtig, richtig krass irgendwie, weiß ich nicht, da waren die richtig hinterher, ne? Jetzt müsste Apple sich wahrscheinlich eine andere Strategie einfallen lassen, damit, äh, die Leute irgendwie abgelenkt werden von dem, was eigentlich produziert wird. Ha, müssten sie irgendwie, äh, Fake-Produkte in, als Dummies in die Produktion schmeißen und dann, aber, aber es ist total hart. Also, mit, mit richtig Produktionsgeräten kannst du das nicht machen, weil, in welcher, also, du musst ja dann trotzdem, du gibst ja einen Unsummen dafür aus, ein Fake-Telefon herzustellen, wo du dann am Ende irgendwie vielleicht noch die ganzen Leute enttäuscht, weil die sich darauf gefreut haben, wie das dann quasi aussehen wird. Und dann ist es irgendwie doch ganz anderes Design. Ja. Also, am Ende ist es ja auch, klar, die Leaks sind irgendwie, also so irgendwie, keine Ahnung, wie das MacBook Air auf die Bühne zaubern und so und sagen, das ist das neue MacBook Air und alles und so, oh mein Gott, was ist das denn für ein keiles Gerät? Das geht natürlich nicht mehr, so, aber, ähm, dadurch hast du auch ja konstanten Hype, so, also die Leute feiern ja jede, jedes, jeden neuen Leak, es wird diskutiert, es gibt mittlerweile ja, äh, Leute, die mit, quasi ihren Unterhalt verdienen, indem sie irgendwelche Leaks an irgendwelche YouTuber verkaufen und die Dummies verkaufen und was weiß ich, ähm, da ist ja quasi eine riesen Industrie rum entstanden, die auch einfach dauerhaft Hype bilden, so, also klar ist es jetzt nicht wünschenswert, dass quasi so Sachen vorher irgendwie auf den Markt kommen, weil sie wollen das ja schon noch irgendwie selber vorstellen, aber wenn es halt nur in Anführungszeichen nur Leaks sind vom Design oder so und nicht fertige Prototypen in irgendwelchen Bars vergessen werden, wie beim Pixel, ähm. Oder vom iPhone 4. Oder vom iPhone 4, ja, äh, und du, irgendwelche Leute, oder, ja, das war auch letztens mit dem, ähm, Windows, äh, diesem Club-Handy, das auch irgendjemand in der Bahn einfach gesehen hat, weil das ein Developer einfach mitgenommen hat und dann einfach in der Bahn auspackt, so casual einfach so ein Windows-Tele-, äh, quasi Smartphone mit Android drauf, so richtig so, okay, wow, das fällt bestimmt nicht auf. Ähm, ja, das, also es wird ja konstant eigentlich nur dadurch, äh, bleibt es in den Medien und, ähm, die Leute sind einfach immer nur noch Hype da, so, Hype-te-ta-ta-ta. Stimmt schon, für die Firmen ist es gut und man muss ja auch dazu sagen, wenn das nicht so wäre, hätten wir auch nicht jede Woche was zu erzählen, also, ähm, ne, also uns tut es ja auch gut. Guck mal, genau. Aber klar, für den Überraschungsmoment ist es natürlich trotzdem schade, so ein bisschen. Klar, also und Apple ist ja auch hinterher sowas zu fixen alleine, um irgendwie auch, wenn du so krasse Features hast, dass du dann wirklich der Erste da mit im Markt bist und dann nicht irgendwie, so wie beim Galaxy Fold, auf einmal diese komische chinesische Firma, Royal Flex Pie, dann sagen kann, sie haben das erste faltbare Handy auf dem Markt und das hat aber halt eigentlich mega crap, das Handy und es ist nur da gewesen, um zu sagen, wir waren die Ersten und Samsung bringt dann irgendwie das erste wirklich nutzbare Handy, bis sie es dann wieder vom Markt nehmen müssen, weil sie irgendwie verkackt haben mit dieser komischen Displayfolie drauf und, ähm, die Leute das direkt auseinandergenommen haben und kaputt gemacht haben, aber, äh, wie auch immer, ähm, ja, deswegen, die sind ja hinterher, aber wenn es halt, ja, irgendwelche so Cut-Renderer sind, Renders sind, wo die Leute dann Dummies erstellen, dann ist das Apple halt auch egal, weil das generelle grobe Design werden sie niemals unter Verschluss halten können in der heutigen Zeit. Ja, 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 irgendwer in irgendeiner chinesischen Firma wird es immer fotografieren, auch wenn sie es irgendwie mit einem gefühlt Nokia 3310 fotografieren, immer so, so gut wie die Bilder manchmal sind, also das ist auch immer erstaunlich, aber gut, die schmuggeln das ja wahrscheinlich auch mit rein. Shoutouts gehen raus an die ganzen chinesischen Leute, die uns mit Leaks versorgen. Ja, danke, danke. Ähm, ja, wie gesagt, wir gucken mal, was, äh, was da noch so kommt und am Ende, ja, wir werden es, wir werden es dann trotzdem erst im Herbst wissen, ja, was dann wirklich uns da erwartet, es sei denn, Apple rutscht das vorher wieder raus. Ähm, was auch, äh, im iOS 14 Code noch rausgerutscht ist, in der Dev 2 Beta, äh, Dev Beta 2 so, äh, dass Apple wohl an der Möglichkeit arbeitet, Q, mit, äh, also QR-Codes für Apple Pay zu erstellen. Das finde ich eigentlich ziemlich interessant, ähm, weil das natürlich dieses ganze Ding nochmal auf ein anderes, ja, anderes Level irgendwie noch ein bisschen hinwürde. Klar kann man überall natürlich mit, ähm, kontaktlosen Bezahlen mit Apple Pay bezahlen, das ist ja klar, also überall, wo es kontaktlos funktioniert, geht es ja auch mit Apple Pay. Und wo Karten unterstützt werden? Genau, ja, also, ja, ja, ähm, aber ich sag mal, was ich bis jetzt bei mir, würde ich sagen, 98 Prozent Trefferquote auf jeden Fall, also ich hatte noch nichts. Ja, ich hatte es nur, es war mega komisch, als wir im Urlaub waren in Amsterdam, waren wir in so einem großen, äh, Supermarkt, Appetain, und da haben wir immer, hab ich immer quasi mit Kreditkarte gezahlt, einfach kontaktlos, und dann auf einmal an so einer Kasse ging das nicht, so, und dann ging's auch nicht kontaktlos, mega komisch, und dann musstest du deine EC-Karte auf jeden Fall in den Schlitz reinschieben. Ja, das war so, ja, okay, wow, äh, das war halt mega hin und her, weil wir dann irgendwie vier Karten ausprobiert haben, das war so ein bisschen schwierig, bis dann irgendwie klar war, okay, du kannst die Karte, darfst du nicht ranhalten, sondern musst die halt in den Schlitz stecken, das machst du ja auch mittlerweile nicht mehr. Ja, das stimmt, und, ähm, genau, aber es geht ja im Normalfall, und so könnte man natürlich dafür sorgen, mit diesen QR-Codes jetzt, meine ich, ähm, dass auch wirklich Läden, die das gar nicht anbieten, also die gar keine Kartenzahlung haben, weil sie es nicht auf die Reihe kriegen, oder der Meinung sind, sie wollen kein Kartenlesegerät haben, ähm, das dann quasi auch irgendwie so anzubieten, ja, dass man einfach, also ich weiß nicht, wer das kennt, aber bei WeChat zum Beispiel hast du es ja auch, da hat ja in, 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 äh, auf den japanischen, asiatischen Märkten, wie auch immer, ähm, da hat ja jeder Markthändler, jeder Fischhändler hat so ein, so ein WeChat-Qr-Code auf seinem Tisch geklebt, äh, wo du einfach nur dein Handy rauffällst und mit WeChat den, äh, den Typen bezahlst. Ja, oder als Straßenmusiker. Ja, naja, ja, aber alles. Ist ja geil. Ich weiß halt nicht, was ich halt wirklich nicht weiß, ist, was Apple davon dann nachher abbekommt, ja. Aber das ist doch, das ist doch ein statischer Code, der ist doch nur aufgeklebt, ne? Also, wie, wie, wie funktioniert der Prozess dahinter? Na, mit der, du scannst es und hast dann quasi wie so ein Paypal-Me-Link halt, ne? Also, dass du quasi einfach wie so ein öffentliches Zahlungsprofil einrichtest, ähm, wahrscheinlich in, in Richtung von, ja, Apple als Zahlungsdienstleister und dir dann 30 Prozent. Du tippst dann aber selbst ein, als Käufer, äh, den, den, den Wert ein, quasi, der bezahlt werden muss. Ja, ja, klar. Okay. Genau, da, das hatte ich gerade. Direkt eine Benachrichtigung, äh, hier sind gerade, äh, 30 Euro von Kalle Stadtschneider angekommen, äh, und dann kann man wahrscheinlich irgendwie noch mit so einer, keine Ahnung, Transaktion, äh, ID oder so das vielleicht noch vergleichen, um sicherzugehen, dass du das auch gerade geschickt hast und das nicht irgendwie so dreiecksbetrugsmäßig ist, ähm, ja, also, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Also, auch wenn wahrscheinlich echt in Deutschland mittlerweile fast jeder Laden irgendwie so ein, wo so ein EC-Terminal hat, gerade durch Corona. Ja, das ist aber, äh, bold statement, also. Ja, gut, okay. Also, aber ansonsten halt so ein Sum-Up-Terminal oder was weiß ich, ne? Aber auch davor schrecken die meisten ja zurück, weil sie dafür auch wieder ein Telefon brauchen oder irgendwie ein Tablet, was halt damit verbunden ist. Das ist, finde ich persönlich nicht schlimm, also mir muss das nicht erzählen, aber die sind halt wirklich, äh, da auch ging noch so ein bisschen, dass sie sagen, da muss ja am einer, also, äh, als ich noch, äh, mir die Haare schneiden hab lassen, ähm, da war das halt so, die hatten das angeboten, aber ging nur, wenn die Chefin da war, weil die hatte das auf ihrem Handy, weißt du? Ah, okay, wow. Also, so Sachen. Das ist schon wirklich sehr, sehr schwach. Okay. Dann gab's kein, kein Betriebs-Handy oder so. Genau, kein, also, ganz ehrlich, es gibt Restaurants, die haben einfach so ein, das günstigste Amazon-Tablet, was du kaufen kannst, ähm, für 50 Euro oder so. Die hatten, haben die immer, haben die immer, äh, die, die Amazon-Tablets. Genau, und, äh, das reicht doch dafür, ja, klar, ist nicht mega performant und so, aber soll ja auch nur irgendwie die Zahlung durchführen können oder daran angebunden sein, mehr willst du ja auch gar nicht, ja. Aber, ähm, ja, aber genau, also du, also, vielleicht gibt's beides, nur bei den QR-Codes. Gibt's einmal das, dass du den Betrag eingibst, vielleicht gibt's eine Leistung, wo immer der Preis gleich ist, äh, wo du dann, äh, quasi nur einen, äh, einen vorgegebenen Betrag hast oder ich weiß nicht, vielleicht. Oder die Kasse erstellt das, also du gibst quasi als Kassierer, gibst du den Betrag ein und er erstellt quasi live einen Code, wie man das, ähm, bei diesen ganzen Netto-Apps und so, weißt du, da haben sie ja auch angefangen, dass man quasi mobil bezahlt, indem man einen QR-Code scannt, also, ähm, wo ich so dachte, okay, wow, also, dann dauert der Kassenvorgang halt dreimal so lange, wie jetzt, wenn ich das Bar bezahle, ähm. Aber das, theoretisch gehe das, oder du hast halt eine, du hast halt einen Foodtruck oder so und hast halt irgendwie nur fünf Burger irgendwie im Angebot oder fünf Menüs und hast halt auf der Speisekarte neben jedem Menü halt einmal so einen eigenen Code dafür, dann ist ja der Preis fix, ja, im Normalfall. Ähm, so eine Sachen, also für diese, auch für diese Sachen. Ich kann erklären, geh mal nochmal kurz zu der Speisekarte, scann mit deinem Menü. Aber, ey. Er muss halt dann vorne zu hängen haben, aber die Idee ist, ich, ich finde die eigentlich ganz gut und das würde die Sache nochmal erleichtern. Wie gesagt, ich weiß halt echt nicht, was Apple, also, was Apple kriegt, die kriegen natürlich keine 30%, aber, äh, irgendwas, das kriegen sie ja, das war das Problem. Ja, ein Prozent, drei Prozent oder irgendwie sowas sein. Ja. Aber, ja, also, wenn es halt, solange es weniger ist, als du ausgeben musst für ein Sum-Up-Terminal, für ein normales EC-Karten-Terminal, da musst du ja auch Geld abdrücken für jede Zahlung, deswegen zum Beispiel, das muss ich auch nicht, äh, Pin-Abfrage ist quasi immer teurer im Supermarkt, als wenn du eine Unterschrift machst, weil bei der Unterschrift ist es einfach nur, äh, ein Lastschriftverfahren. Also, du unterschreibst einfach nur, dass du quasi über diesen Betrag eine Lastschrift freigibst und sie das dann halt einfach abbuchen. Ähm, und da fallen ja quasi auch immer pro Transaktion fällt Kohle an, deswegen hatten quasi einige Läden immer, dass man da immer unterschreiben musste und andere eben mit Pin, so, und, äh, das sogar teils, ähm, dynamisch gewechselt. Also, wenn du die ersten zwei, drei, vier Einkäufe da machst, musst du immer Pin machen, weil er dann auch direkt abfragt, äh, ob genug Geld drauf ist. Und, äh, wenn der Laden dich dann in Anführungszeichen kennt und dich als, äh, ja, sicheren Zahler einstuft, dann musst du halt einfach auf einmal anfangen zu unterschreiben, weil sie dann halt Lastschrift machen, die dann halt irgendwie erst am nächsten Werktag, äh, einlösen können. Äh, ja, und wie gesagt, solange es einfach alles günstiger ist als, äh, andere, äh, Anbieter und es irgendwie einfacher ist, du kein zusätzliches Gerät brauchst oder so, wenn du eh diese, diese iPad als Kassenterminal nutzt oder so, ja, dann geraben die Sum-Up schon mal ganz schnell die Kohle, äh, unterm Hintern weg. Klar, ist dann halt Apple, ne, das muss man halt, darf man nicht vergessen, das ist dann, also, wenn du natürlich nur so eine Codes anbietest, dann können auch nur Apple-User damit bezahlen, das ist dann natürlich auch wieder das Problem. Ja, aber vielleicht irgendwie Cross-Play mit Google Pay oder so. Ja, aber die Frage ist ja, also, ja, oder was ich, mein Statement dazu war ja schon immer die ganze Zeit, dann, wenn, also weil viele ja immer sagen, die Kosten und so, Karl, weißt du, aus dem Kopf hast du so ein Sum-Up-Terminal, was die nehmen an Gebühren, wenn du damit Karte bezahlst? Äh, nee, zwei Prozent mit EC. Irgendwie sowas. Und, ich weiß es nicht, nee, muss ich lügen, und irgendwie, glaub, fünf Prozent mit Visa oder so, also mit Kreditkarte, weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann auch sein, dass es weniger ist. Ich hab halt immer gedacht so, dann, 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 dann mach doch die Preise, also, wenn ich mit Karte bezahlen will und das mein Ding ist, dann buch mir das doch mehr ab, also, dann berechne mir das doch, dass dir kein Schaden entsteht. Ähm, könnte ich von mir aus auch machen, ne, und wenn das dir nachher ein Prozent bei Apple Pay ist oder so, dann mach halt deine Preise teurer, wenn du das über den QR-Code anbietest, und wenn die Leute damit bezahlen wollen, dann müssen sie halt da durch. Ich persönlich find's nicht schlimm. Darf man ja wohl nicht, ne? Das Ding ist, ähm, macht man sich ja auch nicht bewusst mit Bargeld, äh, fallen ja auch extreme Kosten an. Also, am Ende macht das, glaub ich, keinen Unterschied, äh, weil, also, für den Käufer ist's egal und auch für den Verkäufer macht das gar nicht, ist's gar nicht so tragend, weil, äh, wenn du halt Bargeld hast, musst du erstmal organisieren, dass du immer genug Wechselgeld hast, dass das Bargeld abgeholt wird, dass es sicher verstaut wird, ähm, du musst ja quasi Sicherungsinfrastruktur für das Bargeld haben, nur, also Kassensystem, die sichere Kassen haben und so weiter und so fort, und eben auch, keine Ahnung, Tonnen von Kleingeld und generell Geld wöchentlich aus so einem Supermarkt abgeholt werden müssen, ähm, da, also, das macht die Sicherheit oder die, die Firma, der Geldtransporter, mal das auch nicht gratis, ähm, deswegen hatte ich, glaub ich, mal gelesen, dass sich das gar nicht so krass unterscheidet, es ist immer noch auf jeden Fall ein Unterschied und ich glaube, am günstigsten war mit EC-Karte oder so, ähm, und Visa-Karten zahlen in Deutschland noch nicht so viele Leute mit, dass sie quasi sagen, okay, das geht ins Geld, deswegen nur ab einem bestimmten Betrag oder so, deswegen ist es, kostet halt immer gleich, ich weiß auch gar nicht, ob es tatsächlich, ob man's machen dürfte, dass man quasi mehr verlangt für bestimmte Zahlungsarten, online geht das auf jeden Fall, aber bei SumUp ist es sehr viel weniger, als ich gesagt hab, also 0,9% für EC-Karte und 1,9% für Kreditkarte, also das ist echt nicht viel, 5% für Kreditkarte wäre echt schon gar nicht viel gewesen. Ja, das ist aber, glaub ich, so bei diesen, bei diesen, ähm, geliehenen Geräten. Das kann sein, bei den richtigen, bei diesen, äh, mit dem Bongdrucker dran, die Dinger, äh, genau, da ist es, da ist es viel mehr noch, ja. Ich, ich würde es trotzdem begrüßen, wie gesagt, wenn dadurch auch kleinere Händler, also wirklich so Marktstände und sowas, äh, äh, das irgendwie anbieten könnten, ähm, wenigstens für die Apple, für die Apple-Nutzer, sag ich mal, das ist dann halt erstmal so. Für die Elite halt, ne, ja. Das bietet, aber das, ja, aber gut, das ist wieder andersrum, ist es auch so, ne, es bietet Apple dann halt auch nur an und dann, wenn, ist halt auch wieder ein kleines Alleinstellungsmerkmal, bis Google dann irgendwann nachzieht, aber, ähm. Dann hat man halt noch einen QR-Code. Was ja auch gehen soll, ist, dass du, ja, was? Dann hat man halt zwei QR-Codes draufzukleben, äh, bei einem steht iPhone drüber, bei einem anderen steht Samsung oder Android drüber. Und dann noch ein dritter mit S-Pay. Genau. Ja, genau. Und noch S-Pay und WeChat und auf einmal ist die ganze Theke voll mit QR-Codes. Dann muss man erstmal suchen wieder. Ja, aber ich meine, wenn es angeboten wird, kann man es anbieten. So, ja, klar, warum nicht? Da findet man wieder einen Kunden. Also, genau, ich denke auch, dass für den Verkäufer ja keine Kosten entstehen oder so, außer so ein Bild auszudrucken. Oder so ein Sticker vielleicht sogar zugeschickt bekommen. Genau, das ist, genau, war ja bei, 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 bei den, bei den Apple-Pay-Stickern war das ja auch so. Also, ich hätte einfach angefragt, kriegst du da einen ganzen Bund zugeschickt. Ja. Also, ich würde es, wie gesagt, eigentlich gar nicht schlecht finden. Das Zweite, was ja noch gehen soll, ist, dass du theoretisch auch selber QR-Codes erzeugen kannst dann in Apple-Pay und jemand das scannen kann und dir damit halt auch den Betrag schicken kann. Das setzt wahrscheinlich, äh, äh, wie heißt das, Apple-Pay-Cash voraus wahrscheinlich. Was wir ja in Deutschland nicht haben und, ähm, vielleicht auch wahrscheinlich niemals kriegen. Ich denke aber auch oft drüber nach, aber ich weiß auch gar nicht, was ich damit soll. Leute, um ehrlich zu sein. Also, ich hatte es halt nur, wenn wir, also, als, damals, als man noch in Büros gearbeitet hat, äh, äh, vor, 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 vor der großen Krise, ähm, da haben wir halt irgendwie, keine Ahnung, wenn wir irgendwo Essen bestellt haben oder so, dann halt einer gezahlt und dann war halt immer so PayPal, Me-Link, äh, mit den, mit dem Betrag hinten dran immer an die Leute geschickt. Das geht halt auch für alle, ne? Nicht nur für die, äh, Apple-Nutzer. Das ist ja auch okay. Genau. Da hab ich mir dann sogar so ein Excel-Sheet gemacht, damit man dann, äh, einfach nur den PayPal-Me-Link mit dem Betrag, zack, 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 und er erstellt das dann halt direkt. Ähm, ja, also dafür wär's halt sinnvoll, aber dann musst du halt wieder, wie viele Leute haben halt, äh, Apple-Pay eingerichtet versus, es ist halt einfach wie, wie mit WhatsApp. So, also, ja, iMessage ist cool and all, aber, ähm, das ist halt in Deutschland nicht mal annähernd so weit verbreitet wie, wie WhatsApp. Ja. Und WhatsApp ist halt quasi geräteübergreifend, ähm, genauso wie, wie PayPal halt auch. Klar, PayPal sind jetzt manchmal keine coolen Leute und so und irgendwie Bezahlung oder quasi Geld empfangen, wenn du irgendwie auf Kleinanzeigen was verkaufst, ist auch irgendwie kritisch, aber, ähm, ja, für so, für so Cash unter Freunden einfach mal irgendwie hier 5 Euro rüberstieben. Ich hab damit auch schon sehr viel größere Beträge an Freunde gesendet, einfach weil's halt am einfachsten ist, so, statt halt Überweisung einfach nur, hier, schickst du mir PayPal-Link, bam, 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 und das sind 3 Sekunden erledigt und in 4 Sekunden ist das Geld da. Ja. Ich weiß halt immer nicht, bei Apple-Pay-Cash so genau hab ich mich damit aber auch nie beschäftigt, ähm, ob das Geld, das liegt ja dann auf deinem Apple-Pay-Konto quasi, ne? Du kriegst das ja nicht mal auf dein, auf dein Giro-Konto quasi oder auf dein, was auch immer Apple-Pay hinterlegt ein Konto irgendwie zurück. Wahrscheinlich ist genau das das Problem, dass es nicht in Deutschland ist. Ja, was für mich wirklich schwierig, macht's für mich echt, macht's für mich auch schwierig. Ich mein, wenn's da drauf ist, dann ist es ja egal, am Ende geht's ja vom selben ab nachher wieder. Wahrscheinlich kannst du es auch abbuchen, genauso wie bei PayPal. Naja, das wär auf jeden Fall gut, wie es da so gerne häufig man euch anguckt. Vielleicht geht das halt in Amerika nicht, weil die alle Kreditkarten haben und das auf ein Kreditkartenkonto zu buchen halt eben vielleicht nicht geht. Ja, kann natürlich sein. Ähm, äh, oder irgendwie deswegen da Restriktionen gibt und bei uns geht's dann erst recht nicht oder so, wer weiß, also, ähm, aber das, äh, genau, man kann also selber auch QR-Codes erzeugen, das heißt, man könnte rein theoretisch auch für private Verkäufe irgendwie auch das, das dann nutzen, diesen, diesen Apple-Quer-Code. Ja, wär natürlich auch nice, ja. Ich, ich, ich find's eigentlich wirklich, ich find's eigentlich wirklich gar nicht schlecht. Einfach so als zusätzliches Bild in die Galerie bei Ebay-Kleinanzeigen direkt den Eben-Code für Apple Pay und dann, wer als erstes zahlt hat, äh, hat dann den Zuschlag. Ich frag mich halt, na, es sind halt aber auch so mehr Sachen noch. Diese Apple-Card, die haben wir ja auch noch nicht. Ja, ich glaub, ähm, ist der, glaub ich, mit Bank of America oder so? Äh, nee, ähm, wie heißen die denn? Ähm, ähm, äh, Goldman Sachs, glaub ich. Ah, ja, Goldman Sachs, aber auch die haben wir ja quasi in Deutschland nicht, so. Und, äh, bis wir quasi für die einen Partner gefunden haben, ich kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich nach Deutschland komme, ähm, vielleicht die LBB, äh, die ja auch schon die Amazon-Kreditkarte und was war das noch, irgendwie so eine, äh, von irgendwie so einer Versicherung oder so, haben die auch, ähm, eine Kreditkarte. Die übrigens jetzt seit dieser Woche eine App haben, ne? Ja, hab ich direkt installiert, find ich gut, aber, ähm, ich benutze ja die. Nach sieben, acht Jahren. Äh, die, die Outbank-App auch und damit kann man die ja auch mega gut einbinden. Ist ganz cool. Aber so Punkte und, und, und Abrechnungen einsehen können und so, ohne jedes Mal die Webseite aufrufen zu müssen. Ja, das ist schon ganz sinnvoll, ja. Also alleine, dass sie, also der, der ganze Schritt zu dem neuen Design und so war schon, war schon ganz notwendig, weil das davor war eine mittlere Katastrophe, ähm, aber gut, neue App, find ich gut, äh, hat mich auch letztens erinnert irgendwie, als ich die Kreditkarte ausgereizt hatte, dass es nicht ging und so. Ist schon ganz cool gemacht auf jeden Fall. Ja, also vielleicht, ja, tut sich Apple mit denen zusammen, aber nachdem irgendwie ja auch das Apple-Pay-Thema in Deutschland so ein bisschen schwierig war für deutsche Banken, sich mit jemandem zusammenzutun, äh, der irgendwie die Technologie bietet und dafür auch wahrscheinlich einen, äh, Prozentsatz von den Umsätzen haben will oder so, ähm, ja, sehe ich ehrlich gesagt nicht, dass die Apple-Card irgendwie jemals nach Deutschland kommt, auch einfach, weil Kreditkarten in Deutschland einfach nicht angekommen sind. Also, da kann ich so viel mit Kreditkarte zahlen, wie ich will, äh, irgendwie 90% der Leute haben EC oder bar, wobei ja, was ganz cool ist, die Commerzbank jetzt, ähm, eine virtuelle Kreditkarte quasi für dich bereitstellt, wenn du Apple-Pay einrichten willst auf dem, auf dem iPhone und, ähm, dann hast du im Prinzip eine Debit-Kreditkarte. Das hat die Deutsche Bank von Anfang an, das war der Tag 1. Ah, hat die Deutsche Bank auch, okay. Ja, gut. Das, das hab ich, äh, hab ich, deswegen bin ich da, ich bin ja damals wegen Apple-Pay zur Deutschen Bank tatsächlich gewechselt, schon vorher, weil ich wusste, die kriegen das mit als erstes und ich, das war bis zu dem Tag des Releases von Apple-Pay, was war das, irgendwie, Dezember 2018 oder so, ähm, äh, gar nicht so klar, wie das, äh, was das nachher wird, ob das eine Kreditkarte wird oder ob das was, weil es eine Kreditkarte wäre, wäre es halt, ich find's halt dann nicht so praktikabel, ich hab's halt immer lieber direkt vom Konto runter und dann ist gut, ähm, und, äh, nee, war direkt diese digitale Debitkarte und so, das hat von Tag 1 an super funktioniert, ich hab sogar noch 10 Euro App-Store-Gutschein bekommen, weil ich einer der ersten war bei der Deutschen Bank, die da mitgemacht haben, die ersten 10.000 oder wer das da bekommen hat, ähm, nee, das funktioniert super, ich versteh auch gar nicht, warum sich alle da so schwer tun und die, die Sparkasse da irgendwie erst noch, äh, irgendwelche Mätzchen machen muss. Weil die Sparkasse, äh, egal. Also, die haben ja auch irgendwie eigene... Das könnte aber mit 13.6, das könnte mit 13.6 übrigens kommen, ne, dass die Sparkasse sich freischaltet, haben sie ja mal irgendwie gesagt, dass das vielleicht mit dem Update kommt, also Kalle... Ja, ja, EC-Karte, ich hab auch gelesen, dass das gar nicht mehr so weit weg ist. Ja, die haben ja schon daran gearbeitet und das, wie gesagt, mit 13.6 eventuell sein könnte, dass die auch den Hebel umlegen. Ja, ist eigentlich auch so dumm, weil, äh, wenn man mal drauf guckt, es gibt gar keine EC-Karten mehr, es gibt nur noch V-Pay und, äh, Maestro, so und das ist, das sind halt einfach nur Debit-Karten von den Maestro, also von den Kreditkartenfirmen. So, also es gibt gar keinen Grund, warum die nicht in Apple Pay genauso integrierbar sein könnten, äh, wie alles andere, also, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Ich benutze, wie gesagt, E-Curve für alles mittlerweile, ähm, da ist alles drin, dann kann ich auch irgendwie hin und her buchen, ähm, deswegen ist es mir auch egal, ob, äh, die, keine Ahnung, meine Bank jetzt das hat oder nicht, weil die DKB hat mittlerweile auch, glaub ich, Apple Pay, ja, aber er hat es halt auch eine Zeit lang nicht und dann hab ich's halt, und die Amazon-Visa hat's ja auch nicht, ähm, und da ich quasi über die Amazon-Visa irgendwie alles buche, äh, mach ich's halt über Curve und, ähm, ja, hab damit keinerlei Probleme, außer als es am Wochenende irgendwann ausgefallen ist. Ich wollt grad sagen, da war doch irgendwas, da muss ich ja nicht denken, als ich das gelesen hab, dass es irgendwie kurzzeitig war was. Ja, gut, aber das ist halt, äh, das ist halt Wirecard, ne, da hat, äh, Wirecard einmal richtig alles lahmgelegt. Also, Shoutouts an die N26-Kunden da draußen, die gar nichts mehr bezahlen konnten und auch nicht mehr auf ihr Geld zu greifen. Da hätt ich, glaub ich, einen mittleren Herzinfarkt bekommen, wenn einfach mein Konto eingefroren ist und du nicht an mein Geld kommst, weil, ja, geht nicht, gerade. Das ist halt so ein bisschen dieses, äh, Fintech, Startup-Fintech-Problem, das man so eventuell haben könnte, was mich auch immer noch so ein bisschen davon abhält, komplett auf N26 oder so zu wechseln, ähm, da muss noch ein bisschen mehr Vertrauen wachsen. Aber wir wollten ja eh mal eine mobile, äh, äh, Payment-Folge machen, mal irgendwann als kleine Sonderfolge, wo wir uns mal generell über das Thema so ein bisschen austauschen, weil ich auch sehr interessiert an dieser Curve-Geschichte bin, da musst du mir auf jeden Fall dann in dem Zusammenhang noch mal ein bisschen mehr drüber erzählen. Mach ich gerne, das müssen wir noch machen. Also, wie gesagt, wir gucken mal, ob irgendwann diese QR-Codes kommen, ja, ob wir das irgendwann sehen werden, äh, ich würd's ganz praktisch finden, ob die Leute das dann benutzen und ob das dann auch wirklich an jedem kleinen Marktstand dann her ist, das ist dann noch fraglich. Seinmal dahingestellt, ja. Seinmal dahingestellt, ja. Gut, äh, dann haben wir die Themen der Woche schon abgearbeitet, was heißt schon, wir sind wieder sehr gut, äh, in unserer Zeit. Äh, lass uns direkt mal zu den Tech-Moments wechseln, Tim. Ich hatte direkt diese Woche zwei Tech-Moments, da hab ich mir gedacht, jetzt, jetzt richtig, jetzt lege ich mal richtig los. Sehr gut, für den Aussetzer, dass du letzte Woche nicht dabei warst. Genau, äh, den ersten Tech-Moment hab ich euch sogar direkt quasi als Video geschickt, weil ich so perplex war in dem Moment, ich saß im ICE, äh, muss man, äh, aktuell auch quasi die gesamte Fahrt über Maske tragen. Ich, äh, guck so mal auf mein iPhone, will das entsperren und es entsperrt sich einfach und ich war so, hä, hä, was war das denn gerade? Und konnte es so in dem ersten Moment nicht ganz glauben und hab's dann direkt gefilmt, damit's hoffentlich auch direkt beim zweiten Mal funktionieren. Und dann hat mein iPhone tatsächlich mein Gesicht mit Maske gelernt, ähm, zumindest, äh, insofern, wenn die Maske nicht komplett über der Nase ist, sondern so bis zur Nasenspitze, äh, dann hat das tatsächlich funktioniert, dass es, ja, einfach entsperrt wurde mit Face-ID. Und das klingt jetzt an sich irgendwie erstmal, ja, ist ja net and all, aber, ähm, was ich am beeindruckendsten daran finde, dass es, äh, halt alles ja über das Gerät läuft, also quasi diese ganze Gesichtserkennung, ähm, funktioniert ja nur über das Gerät, da wird ja nicht irgendwie an irgendwelche Server bei Apple gesendet oder so, die dann mit, äh, 35 Supercomputern drauf losarbeiten können, sondern es läuft alles über das iPhone und immer wenn man quasi hochswipet und, äh, er dich nicht erkennt, ähm, und du dann den Code eingibst, weißt ja, okay, das warst du und dann muss ich mir das Gesicht nochmal angucken, ähm, was ich da vielleicht irgendwie nicht richtig gesehen hab, ähm, um das abzugleichen mit dem, äh, wie ich weiß, dass es eigentlich aussehen muss, äh, und ja, und dann hat er, weil durch diese ganze Masken tragen, äh, ich das mittlerweile so oft hab, dass ich hochswipe und er mich nicht erkennt, berechtigterweise, dass er jetzt quasi angefangen hat, scheinbar so ein Model von mir anzulegen, wo er, ja, mich scheinbar nicht anhand von irgendwie so alles, was unter der Nasenspitze ist, erkennt, sondern einfach nur, ja, Augen, Nasenspitze und, äh, Kinn auch noch tatsächlich, weil wenn man, wenn ich die zu weit runtergezogen hab, die Maske, hat es auch wieder nicht funktioniert, ähm, also das war wirklich so, so im ganz, ganz kleinen Bereich, wo die Maske sitzen darf, wo das dann funktioniert, aber das hat mich echt, äh, hat mich, äh, hat mich, ja, war ich sehr perplex in dem Moment, ähm, fand ich extrem cool, dass es einfach, dass die Geräte mittlerweile so viel Rechenpower haben, ja, dass er das halt einfach über die Zeit einfach erkennt und, und verbessert und das hat mich auch einfach nur nochmal darin bestätigt, dass es quasi, dass er ja scheinbar dieses von wegen, ja, ja, wir versuchen konstant, äh, die Erkennung zu verbessern, dass es halt wirklich existiert, also es ist nicht nur so, ja, kann, gut, kann ich jetzt nicht nachprüfen, so, weil er kennt mich halt in meinem Gesicht, hab ich ja auch so trainiert, äh, äh, sondern selbst, wenn sich was in dem Gesicht ändert, dass er es halt einfach über Dauer erkennt und anpasst. Mein zweiter Take-Moment war, äh, erstmal ein herber Rückschlag, wir kamen Samstag zurück, äh, aus dem Urlaub, und, äh, Sonntag morgens um 10 Uhr war Totalausfall bei Vorderfunk Kabel bei uns hier im Bezirk, in Berlin, ähm, ja, äh, ging gar nichts mehr, du hast kein Fernsehen, kein Internet, kein Telefon, ähm, und dann war es mal so, also, war jetzt nicht so schlimm, ne, weil, äh, ich kann auch noch was anderes als, äh, so vor mich hin vegetieren vom Fernseher, aber wenn man dann mal irgendwie so auch der Freundin dann Hotspot gibt und so und auch während ich in, in Amsterdam war, äh, mich ein bisschen gewundert hab, warum mein Datenverbrauch so hoch ist, äh, weil ich relativ viele Fotos und Filme gemacht hab und dann natürlich, äh, durch das iCloud-Fotos, der ganze Kram direkt, äh, über das Mobilfunknetz in die Cloud geblasen wurde, ähm, was dann natürlich einen netten Datenverbrauch zur Folge hat, ähm, ja, dann hat man schon mal schnell 10 Gigabyte in irgendwie 4 Tagen, nachdem man ein neues, äh, Datenvolumen bekommen hat, schon mal verbraucht und, ähm, da nicht so ganz klar war, wo die Fehlerquelle liegt und wie lange der Fehler anhält, dachte ich dann so, okay, dann, das wird schwierig und, äh, dann wollten wir halt irgendwann abends auch mal was gucken, äh, und dann hab ich einfach quasi ein Hotspot von meinem Handy zum Apple TV gemacht und weil ich, äh, dank diesem Vodafone Pass, äh, kostenlos, also nicht auf mein Datenvolumen angerechnet wird, äh, Prime Video, Netflix und so weiter, die ganzen Videostreaming-Dienste, haben wir dann einfach quasi über den Hotspot über das Apple TV geguckt und es dann war, ja, keine Ahnung, beste Qualität ab und an mal, ist ja immer so ganz kurz runtergerutscht in der Qualität, aber ging direkt weg und dann haben wir auch einfach direkt irgendwie an einem Abend oder einem Abend irgendwie am nächsten Tag noch irgendwie 10 Gigabyte Daten verbraucht, dann war ich ganz froh, dass es nicht auf mein Datenvolumen ging und dann war es nach... Aber das ging trotz Tethering, ja, also das hat der so durchgenommen. Das hatte ich, äh, habe ich vorher schon mal getestet mit dem, äh, mit dem iPad, da hat es nämlich auch funktioniert und, ähm, ja, es ist ja immer nicht ganz so klar, ob es mit Tethering funktioniert, aber es hat bei mir hervorragend funktioniert, ähm, und auch mit dem Apple TV, also echt mega gut und auch krass zu sehen, was da für Datenmengen eigentlich verbraucht werden, das kriegt man ja so nicht mit, aber mal eben so nach drei Folgen irgendwie 5 Gigabyte verbraucht, ist schon echt, ja, es ist eine Hausnummer. Ich habe dann auch geguckt, irgendwie in meiner Vodafone-App hat er dann, hat er ja quasi immer so eine Verbrauchsschätzung, wie viel man wahrscheinlich verbrauchen wird diesen Monat. Und, äh, als er dann da 100 Gigabyte angezeigt hat, war ich dann schon so, okay, bin ich froh, dass wenigstens die Videodaten nicht, ähm, nicht darauf angerechnet werden. Und dann musste ich wenigstens, ähm, habe ich am Ende nur 10 Gigabyte verbraucht und nach 36 Stunden war dann Internet auch wieder da. Und, ähm, ich werde die, die avisierten 100 Gigabyte im Monat zum Glück nicht verbrauchen, weil das, äh, ja, ich habe zwar viel Datenvolumen irgendwie mit 25 Gigabyte und dann quasi alles, was ich aus dem Vormonat noch habe, also, das waren 11, also hätte ich so 36 Gigabyte gehabt, aber das sind halt immer nur noch ein Drittel von dem, was er geglaubt hat, was ich verbrauchen werde. Aber cool, dass es funktioniert, das wusste ich tatsächlich gar nicht, dass er das, dass er das checkt. Ich habe das nämlich auch gemacht, als ich, äh, ja auch kurz letztens kein Internet hatte, bis ich gemerkt habe, dass meine Untermieterin, also die unter mir wohnt, quasi DSL hat und keinen Ausfall hat er bei Kabel, habe ich es auch erst über einen, über einen, äh, Hotspot gelöst. Ich habe halt keinen Vodafone-Pass, weil ich immer noch so einen, in so einem relativ günstigen Vertrag, den ich schon sehr, sehr lange habe, rumdümpel, wo es die Dinger halt nicht gibt. Ich habe einen Young-Vertrag noch, den ich schnell abgeschlossen habe, bevor ich zu alt dafür geworden bin, deswegen, ja. Und, äh, nee, und meine Freundin hat auch einen Pass drin, also, äh, das ist gut zu wissen, das nächste Mal auf jeden Fall, dass das, äh, muss ich bloß noch dazu bringen, auf den Videopass zu wechseln. Ja, ja, ich habe mir nämlich gedacht, ich, dann nehme ich den Videopass, Musik kann gar nicht so viel verbrauchen, dass sich das lohnt, dass quasi, dass das nicht angerechnet wird. Aber du kannst ja bei Vodafone jeden Monat wechseln. Genau, du kannst jeden Monat wechseln, genau, ja. Aber, ähm, den Ausfall, äh, merkst du ja meistens erst, wenn er dann da ist. Das ist das Problem. Ja, und dann habe ich mir gedacht, so, für die Male, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, im Zug sitze, im Flugzeug, oder am Flughafen, nicht im Flugzeug, äh, und, äh, halt streamen will über, über iPhone, dann nehme ich halt den Videopass, dann wird es nicht angerechnet. Und das sind wirklich, wie gesagt, also, wir haben in, lass es anderthalb Stunden fünf Gigabyte gewesen sein, das vernichtest du mit Musik auf gar keinen Fall in fünf, in, in, in anderthalb Stunden. Und dann dachte ich mir so, ja, wenn sowas ist. Vielleicht auf Tidal, vielleicht auf Tidal. Ja, vielleicht auf Tidal. Aber, äh, Tidal ist, glaube ich, nicht Teil, oder vielleicht doch Teil vom Vodafone Pass, weiß ich nicht genau. Ja, deswegen war ich sehr froh, hatte einen schönen Tag-Moment, dass das alles funktioniert hat. Ja, cool. Ja. Und bester Tag-Moment war, als das Internet wieder da war. Sehr cool. Ja, super. Äh, Kalla, hast du einen Tag-Moment gehabt? Nee. Kurz und knapp, nee. Okay. Nee. Ähm, außer iOS 14, gerade, aber das machen wir, machen wir später. Ähm, ich hatte einen, und zwar, das ist aber auch nicht jetzt gewesen, sondern das war auch schon, ich hätte auch schon letzte Folge sagen können, habe ich aber irgendwie vergessen. Ähm, vor kurzem hat ja Boston Dynamics irgendwie damit begonnen, diesen Spot, diesen, diesen Roboterhund quasi zu verkaufen für, ich glaube, in der günstigsten Variante 75.000 Dollar oder so, kann man sich hin, kann man sich hinholen. Der jetzt übrigens, äh, der jetzt übrigens, äh, als Fan in Südkorea oder so, glaube ich, auf den Rängen steht und mittanzt. Haben die letztens gezeigt, äh, haben die letztens gezeigt, äh, noch mit zwei anderen Robotern, weil, ja, wegen Corona niemand ins Stallion kommt. Und dann haben die, hast gezeigt, wie die da so rumtanzen. Das sah schon sehr utopisch aus mit so diesen, diesen Robotern, die man, die immer so ein bisschen komisch immer wirken, diese Spots. Ja, es wirkt, es wirkt sehr, sehr creepy irgendwie. Vor allem, wenn man die, die Black Mirror-Folge gesehen hat. Also, da habe ich nämlich das Design zum ersten Mal gesehen und dachte, als sie da mit dem Spot rauskam, dachte ich, okay, wow, ciao, das, äh, ist jetzt ein bisschen unangenehm. Und, ähm, der, äh, beziehungsweise nicht die eine Person, sondern, äh, der Lou von, von Unbox Therapy hat das Ding ja auch, äh, quasi sich bestellt und auch ausgepackt und, äh, damit es auch ausprobiert und so. Ähm, das verlinke ich auch mal in den Shownotes, das Video. Also, wenn ihr beides noch nicht gesehen habt, guckt euch das mal auf jeden Fall an. Das ist sehr, sehr verrückt. Also, das ist, natürlich ist das Ding gesteuert, ne, mit einer, ähm, mit dieser Fernbedienung, die halt dabei ist, die, die auch sehr, sehr gut, sieht ein bisschen aus wie ein, wie ein Xbox-Controller irgendwie mit diesen bunten Tasten. Ähm, aber es ist schon sehr weird irgendwie, was das Ding so kann, wenn es dann hinfällt und, also, wenn es hinfällt, sieht es ja irgendwie aus wie so ein, als ob es nie laufen konnte irgendwie, weil die Beine irgendwie in alle Richtungen stehen und dann ist es auch wie so eine, diese Ziegen, die so steif werden, wenn sie hinfallen, kennt ihr die, wenn die sich erschrecken? Äh, so sieht das irgendwie aus manchmal. Aber dass er halt dann auch aus jeder möglichen Position von allein wieder aufstehen kann, ähm, ist schon Wahnsinn. Kannst du nicht besiegen. Ja, was am schlimmsten, also, was ich am schlimmsten fand, so was wirklich am, äh, vielmehr creepy ging irgendwie nicht, wenn das Ding wirklich Treppenhoch und runterläuft. Also, das sieht so aus wie aus einem Horrorfilm irgendwie, das ist so unglaublich, wie dieses, ähm, kannst du auch einstellen hier, jetzt sollen Treppen laufen und das ist wirklich Wahnsinn. Oder das Video, wo der eine dem anderen die Tür aufmacht, Alter. Junge, da wird, da schließe, direkt zur Haustür gegangen, abgeschlossen. Also, das ist aber trotzdem, also, ne, dieses krass, was es gibt und krass, was schon geht und, ähm, ich meine, die Dinger sind ja hoffentlich nicht gebaut, um die Weltherrschaft an sich zu reißen, sondern, äh, hoffentlich eher, um die Welt zu unterstützen und die besser zu machen, um in irgendwelchen Gebieten nach Sachen zu suchen, wo Menschen halt nicht hinkönnen oder so, ne, da, da, dafür ist es ja gedacht, das heißt ja nicht umsonst Explorer. Ähm, wir hoffen immer, dass die Menschheit das für Gutes einsetzt und, äh, da niemand auf irgendwelche, äh, dummen Ideen kommt oder die Dinger irgendwann selber auf dumme Ideen kommen. Äh, also, aber ich finde es trotzdem total verrückt, das so zu sehen, ne, also, äh. Wie weit man gekommen ist von vor, keine Ahnung, zehn Jahren, wo die Dinger irgendwie ein Joke waren, so. Ja, aber, aber da war es ja auch schon, ne, man hat wirklich zehn Jahre, glaube ich, äh, ungefähr her, wo sie die ersten Videos und so gezeigt haben, ähm, es gibt ja auch noch diesen zweibeinigen Roboter von, von Boston Dynamics, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Ja, der, der Saltos machen kann und so, ne, rückwärts Saltos. Ja, wie heißt der denn, der heißt ja irgendwie Alpha oder Atlanta oder irgendwie so ganz komisch oder irgendwas, glaube ich. Ähm. Alpha Romeo. Also, das ist schon, das ist schon Wahnsinn, ne, also. Der ja auch, den man ja auch, Atlas. Atlas, genau, den man ja auch gar nicht umschubsen kann oder so, ne, der gleicht ja alles aus. Das ist auch so, wow, okay. Junge, du kannst dich nicht besiegen, so, sie sind einfach perfekt, so, geht nicht, töten dich einfach. Aber, es ist wirklich, äh, wirklich krass, also, mal gucken, wie schnell das gewachsen ist, mal gucken, was in zehn Jahren, äh, ne, da so, da so rum, äh, kriecht und. Wenn du das vergleichst, so den, den Spot Explorer mit dem, äh, komischen Roboterhund, den man damals irgendwie, den, im. Sony. Ja, den Sony, genau, genau. Den, den, gab es den auch mal im Happy Meal oder so? Ne, ne. Guter Vergleich, ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Den gab es überhaupt nicht in Deutschland. Ich weiß nicht. Ich habe hier immer so mit Happy Meal. Der war ja so groß. Ja, der war ja so ein großes Ding. Oh, ja. Aber, ja, aber den Sony auch wieder aufgelegt, ne, letztes Jahr, oder, letztes Jahr auf der IFA, oder vorletztes Jahr auf der IFA hast du ja auch wieder rumgerannt und man konnte den wieder streicheln und so. Natürlich. Kann sein, dass du eine Spielzeugvariante von Happy Meal gehabt hast, das kann wirklich sein. Ja, ich habe ihn tatsächlich gerade gefunden, denn iDog, ne, nicht iDog. Ido, in Beidou, ne, wie ist denn der? Der, aus 2000, Cyber Pet. Alter, da gab es eine Ratte, eine Katze und einen Hund. Das weiß ich noch nicht mehr, das war richtig abgefahren. Sehr gut. Aber ich erinnere mich aber auch noch, jetzt wo du es sagst, wenn du mal einen Link mit mir teilen möchtest, dass ich mal kurz angucken kann, äh, für meinen, äh, für meinen Spaß. Ja, ich habe es, äh, gerade als Bild in den... Wahnsinn, genau das. Oder? Das ist so krass, das ist so, so krass Kindheit. Und dann hatte der noch so einen abgefahrenen Knochen und so und dann konnte man den so an die Schnauze und dann fand der das so voll cool. Oh Gott, ich erinnere mich. Und, äh, ich weiß auch, warum ich da quasi den mit dem Sony-Roboter verwechselt habe, weil der auch diese Augen hatte, diese, ähm, abgefahren, ey. Ja, wirklich cool. Naja, wir sehen also, wie weit wir gekommen sind in 20 Jahren. Mal gucken, ob die Dinger in 20 Jahren im Happy Meal sind dann oder was. Oh Gott, das ist ja spot im Happy Meal. Oh Mann, ey. Sehr gut. Äh, okay, cool. Ja, dann haben wir die Tech-Mom ist durch. Äh, Empfehlung, habt ihr was? Tim? Ich aktuell nicht, nee, ich hab, ähm, keine neuen Apps wirklich benutzt. Ja. Okay, kommen noch mehr Bilder von dem Hund, seh ich gerade. Ja. Äh, ja, Wahnsinn. Ähm, Kalle? Ähm, ja, nix Neues, aber ich muss mal wieder wahrscheinlich Procreate empfehlen. Also jeder, wer ein iPad hat, weiß, eine Pencil-Unterstützung hat, äh, kommt, glaub ich, nicht an Procreate vorbei, also die Zeichen ... Procreate? Procreate, genau. Die Zeichen-App überhaupt eigentlich, ähm, womit man irgendwie alles machen kann und ich hab's in letzter Zeit wieder so viel benutzt für allmöglichen Zeug, um nur was zu scribbeln oder irgendwie wirklich irgendwie auch Animationen, beziehungsweise auch immer, wenn man ein Dokument anfängt zu zeichnen, wird standardgemäß das Ganze aufgezeichnet, ähm, als Bildschirm, Video sozusagen und, äh, man kann sich das im Nachhinein dann in Zeitraffer angucken, was man da gemacht hat und das ist wirklich abgefahren. Also das ist wirklich echt, echt cool, immer noch und, äh, meine Empfehlung an der Stelle, also wer ein iPad mit Stift-Unterstützung hat, äh, sollte sich auf jeden Fall Procreate gönnen. Kostet 11 Euro, glaub ich, aktuell immer noch, äh, ist absolut nicht die Welt, find ich, dafür, was das alles kann, so. Und mega cool. Mach ich immer gerne. Ja, wer Spaß am Zeichnen hat, äh, kann ich, denke ich, kann man wirklich uneingeschränkt empfehlen. Einziger Nachteil, man muss zeichnen können. Das ist das Ding. Das kommt leider nicht mit der App, ja. Bring halt damit nichts zustande, also wirklich. Ja, ich find so, ich find so, die App, die bringt so viel, so viel coole Features mit sich, also was, es sind ja keine Shortcuts, sondern sind ja, weiß ich nicht, wie soll man das nennen, ja, also, womit jeder auch irgendwelche Skizzen erstellen kann, irgendwelche, weiß ich, Bauzeichnungen, oder Bauzeichnungen ist ein bisschen zu groß vielleicht, aber auch grafische Sachen, ne, also so, wirklich perfekten, perfektes Quadrat oder einen Kreis zu zeichnen und den dann für irgendwas zu verwenden oder wenn man irgendwas anordnen will, wirklich, man muss eigentlich nichts können, wenn man weiß, wie die Funktionen dahinter mit dem Stift funktionieren und die ganzen Gesten so, ne, also, von daher. Deswegen freue ich mich auf, äh, Apple Notes in iOS 14. Ja, das ist total, total ähnlich, da haben sie sich, äh, ein bisschen was abgeguckt, tatsächlich, ist genauso. Ne, mit dem Stift halten und dann kommt dann eine Form raus, ein Pentagon meinetwegen oder was auch immer, was sie da in der Keynote gezeigt hatten, ähm, aber das ist genau, genau so, genau so ist es und, ähm, total, also immer noch, weiß ich nicht, immer noch cool, sehr cool. Ja, wirklich gute App. Ich, äh, hab nochmal ScanBot Pro mitgebracht, was heißt nochmal, ich hab's noch nie bei gehabt, aber ich, äh, benutze es halt echt so oft, das ist wirklich meine Go-To-Scanner-App, ähm, die dann doch, ich sag mal, im Kampf gegen den, wie heißt der, Fujitsu X-E500 oder so? Äh, 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 S-1300i ist der kleine oder, ich glaube der, ich hab diesen, genau, der größte, 300 oder 500, 500, glaube ich, da doch irgendwie den Kampf dagegen gewonnen hat, zumindest für das, was ich brauche und ich brauch's halt durch diesen ganzen Hausbau-Kram und so und Unterlagen mal schnell hier schicken und mal irgendwo kurz was abscannen und per E-Mail weiterleiten, wirklich extrem oft und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, der irgendwie gerne, also der jetzt keinen teuren Scanner kaufen will, ähm, da wirklich ScanBot Pro irgendwie sich mal runterzuladen. Man kann es kostenlos nutzen, äh, scannt super, man kann mehrere Seiten scannen, natürlich in einem Dokument, man hat's direkt in iCloud, äh, Drive drin, wenn man möchte, kann's aber natürlich auch auf dem Gerät ablegen, kann es auch in Fotos speichern, man kann es irgendwie überall rauswerfen, äh, es ist einfach, es ist einfach zu bedienen, es ist wirklich schnell, du kannst alles super bearbeiten, wenn irgendwas nicht draufgepasst hat oder so die Ecken bearbeiten, ähm, es, es funktioniert, also du machst die App auf und das Scan-Fenster ist halt direkt da, du musst dich irgendwie großartig noch rumsuchen oder nochmal extra was aktivieren, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, die haben auch ein Pro-Modell, also so ein Abo-Modell für ein paar Euro im Monat, glaube ich, wo du dann halt auch noch, noch mehr Sachen machen kannst und dann auch, äh, OCR-fähig sind die ganzen Sachen, ähm, zumindest, äh, ja, ist das, ist das da so beschrieben, ich wirklich kann's nur jedem empfehlen, der jetzt keinen Scanner mehr kaufen will, weil man vielleicht jetzt auch nicht mehr unbedingt einen braucht, so heutzutage, ähm, reicht es für die meisten Sachen definitiv aus, also alles bis A4, auf jeden Fall, alles was größer ist als A4 hat, hatte ich schon so ein bisschen Probleme, aber es geht trotzdem, also es ist schon machbar, man kann die Ecken ja, wie gesagt, selber bearbeiten, wenn es nicht ganz draufpasst oder so, oder wenn irgendwas nicht ganz drauf ist, deswegen, Scanbook Pro, ähm, das ist eigentlich eine durchgehende Empfehlung für 365 Tage im Jahr, das kann man, kann man immer wieder machen, also ich finde die immer wieder gut, ich bin immer wieder sehr, sehr begeistert davon, also, ähm, gibt's wenig, was da mithalten kann, gibt bestimmt auch super tolle andere Scanner-Apps, aber wenn ich dann irgendwie so, wenn ich so Apps sehe, die die iScan heißen oder so, dann krieg ich immer irgendwie schlechte Laune, wenn so, so iApps, die sich dann damals so genannt haben, weil das dann noch cool war vielleicht, ähm, ja, ein bisschen merkwürdig, ja. Was hältst du, was hältst du von, von dem Vergleich mit der eingebauten Scan-Funktion quasi, im Telefon? Ähm, das ist bestimmt auch super, hab ich nie ausprobiert, so wirklich, ich hab's einmal ausprobiert, glaube ich. Das funktioniert auch gut, das Problem ist, dass du halt immer eine neue Notiz aufmachen musst, um quasi einen Scan zu machen, also du machst eine neue Notiz, machst den Scan, machst dann Speichern, hast dann das Dokument in der Notiz drin. Das meine ich nicht. Ja, doch, das ist das, oder? Nee, ich meine es aus der Dateien, in der Dateien-App, dass du direkt in deine iCloud-Drive rein scannst. Ja, schon seit der Dateien-App. Aber der Unterbau, der Unterbau wird ja trotzdem der gleiche sein, mit der Notizengeschichte, da wird der jetzt nicht viel anders sein. Nee, nee, also klar, Notizen musst du natürlich eine Notiz, dann ist es in Notizen drin, aber hast ja nicht viel von. Nee, nee, in der Dateien-App, also das ist zu versteckt, also das finde ich halt ein bisschen blöd, weil das nicht kommuniziert wurde, oder nicht kommuniziert wird, weil man, wenn man in irgendeinem Ordner ist, kann man noch diesen Bildschirm, den man dann vor sich hat, runterziehen, um noch ein weiteres Menü, eine weitere Menüleiste oben zu öffnen, wo dann hinter diesem Drei-Punkte-Menü sich Dokument-Scan befindet. Und wodurch man dann ... Oder man hält einfach länger auf einen leeren Ding drauf. Ja, stimmt, genau, da kommt ein kleines Pop-up, ne, genau, genau. Aber wie gesagt, das wurde auch nicht kommuniziert. Ähm, und da öffnet sich, wie gesagt, auch gleich das Scan-Dingens und man scannt sofort diese Datei, diese PDF dann in dem Fall, ähm, in diesen Ordner, wo man den auch, wo man das aktiviert. Und das finde ich halt mega gut. Ähm, aber der Vergleich, der würde mich mal interessieren, zu Scan-Bot auf jeden Fall. Also ich ... Wie scanne ich denn mit der Apple-Geschichte mehrere Seiten? Na, indem man einfach scannt und dann einfach weitermacht. Also ohne den Knopf zu drücken. Ne, da gibt's ja, also wenn du, wenn du scannst, dann fotografiert der ja, ähm, automatisch. Und da steht da unten rechts sichern. Ne, und wenn du nicht sichern drückst, sondern einfach das nächste Dokument scannst, ohne irgendwas zu drücken, dann macht er eine mehrseitige PDF. Und dann ... Das funktioniert bei mir gerade nicht. Ist auch wirklich, zumindest gerade für mich, ehrlich gesagt, nicht intuitiv. Aber ... Also ich finde, es geht gut. Aber wie gesagt, der Vergleich so, das ist für mich mal wichtig. Also weil ich würde Scan-Bot, äh, mir auf jeden Fall mal angucken. Musst du dir Scan-Bot runterladen, ist ja kostenlos. Also probier's gerne aus, kann ich nicht so viel zu sagen. Ich werde weiterhin Scan-Bot benutzen, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ich konnte dich in der Vergangenheit ja auch von vielen Apple-Standard-Sachen bezeichnen. Ja, ja, deswegen. Ich will auch gar nicht zu ... Deswegen ist es vielleicht ... Ja, ja, ich will gar nicht zu weit, äh, da ausholen. Und irgendwas als besser ... Also außer OCR und solche Sachen, ich kann dir jetzt natürlich, äh, äh, ad hoc, nicht sagen, ob's jetzt wirklich das Wert ist, wenn man's braucht oder nicht braucht. Ähm, äh, du hast, äh, bei ... Ähm, kannst halt noch andere Formate bei Scan-Bot abwählen, so, weiß ich nicht, Visitenkarten, Größen und sowas. Ich mein, das ist wahrscheinlich der Apple-App egal, die macht das wahrscheinlich alleine auch. Scan-Bot hat auch nur Automatik. Ähm, ich, wie gesagt, ich hab's noch nicht ausprobiert, äh, ich ... Oder beziehungsweise noch nicht verglichen, aber es hat bis ... Ich kann mich bisher bei Scan-Bot definitiv nicht beklagen, aber wer sagt, ich will kein Geld ausgeben, und scanne einmal alle zwei Monate mal irgendwie ein Dokument, weil ich das in meinem Ordner brauche, ist es wahrscheinlich völlig ausreichend. Aber wie gesagt, diesen ganzen Hausbau-Thema, ich, äh, das muss irgendwie schnell gehen manchmal und dann hast du da mehrere Möglichkeiten auch, das vielleicht irgendwie in Fotos reinzupacken, wenn das leichter ist oder keine Ahnung. Ähm, das kannst du ja zum Beispiel dann mit Apples Sache nicht machen, also das irgendwie als Foto abspeichern, sofort. Äh, zumindest hab ich's jetzt grad nicht gesehen. Ähm, aber wie gesagt, probier's, probier's gerne selber aus. Auf jeden Fall, ja, ja. Wahrscheinlich nimmt sie sich gar nicht so viel. Also ich glaube, es gibt auch noch einen Unterschied jetzt gerade bei den Scannen in eine Datei, äh, in einen Ordner rein direkt in der Dateien-App. Da kann man auswählen zwischen Dokument scannen oder Foto aufnehmen. Und, weißt du, dann entweder man macht JPEG-Bild und das ist sofort in diesem Ordner drin. Oder ... Aber dann halt nicht ordentlich gescannt. Also ... Richtig. Also dann nicht mit Ecken oder so. Genau, also man müsste, man müsste das PDF, wenn man, wenn man ein Dokument scannt, müsste man wahrscheinlich einfach diese Datei einfach in, teilen in Fotos oder was. Also, oder wie auch immer, worüber du das hinhaben willst. Ja, ja. Genau. Wirklich. Kommt halt immer drauf an, ne? Scanbot hat halt, also das ist halt das Ding, ich mein, das ist jetzt nicht mein Killer-Feature, warum ich's nutze, aber Scanbot hat halt komplette Anbindung an Dropbox und an Google Drive und OneDrive, Evernote und sowas, ne? Da ein To-Do ist auch sogar, ähm, also wenn man das wirklich will und da gibt's noch Datev sogar schon, alles, ach, also das ist wirklich alles, eigener FTP-Server kannst du da anschließen, ähm, Slack und so, seh ich hier gerade. Das ist natürlich, wenn man's braucht, dann wahrscheinlich der, wahrscheinlich der wichtige Punkt, der halt am Ende noch bei Apple derzeit fehlt irgendwie, ja. Aber von der Sache her, glaub ich, ist es nicht, äh, nimmt es sich am Ende gar nicht so viel, welches jetzt die besseren Ergebnisse liefert. Ja, genau. Keine Ahnung, ob das wirklich passiert oder ob das wichtig ist, keine Ahnung. Also ich weiß, dass das Scanbot definitiv die Sachen dann immer so überarbeitet, also es sieht dann wirklich aus, wie es mit so einem Scanner gescannt, aber es macht wahrscheinlich, äh, das interne Scanner. Genau das wundert mich total bei der, bei der Apple-internen Funktion, dass du, du scannst ein PDF und er, also wandelt es jetzt nicht in einen schönen Kontrast schwarz-weiß um, dass es wirklich ein Dokument ist, sondern es ist wie ein Foto. Ja. Speichert es aber als PDF ab und ist total groß vom, 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 also vom, na, von der Megabyte-Anzahl. Und das darf es eigentlich nicht sein. Du kannst ja mal, du kannst ja mal, du kannst es ja wirklich mal ausprobieren oder ich probiere es auch gerne nochmal aus, einfach mal ein und das selbe Dokument auf einem ordentlichen Hintergrund, äh, einfach mal abzuscannen und mal gucken, wo da der Unterschied ist. Ja, weil das ist, was mich nervt, da habe ich ein Fünf-Megabyte-PF und das funktioniert einfach nicht für mich. Ich kann mir vorstellen, dass ein Komprimierungs-Scanbot da wirklich vielleicht einen kleinen Ticken weiter vorne ist, ähm, aber wie gesagt, keine Ahnung, ich, ich habe sie damals mal irgendwann angefangen zu nutzen und habe mich dann quasi in die Handhabung, äh, mehr oder weniger verliebt und seitdem, äh, funktionieren Scambot und ich zusammen sehr gut. Also es fällt halt total auf, wenn man, wenn man, ähm, Ende des Monats oder Anfang des nächsten Monats total viel Belege einscannen muss zum Beispiel, ne, und du hast, du kannst dir Belege, die, die erfasst er ja also als, ähm, den Rahmen von dem Beleg, äh, den braucht man jetzt nicht zu schnell, das erfasst er als automatisch, als super, aber das ist dann ein drei Megabyte großer Beleg und das funktioniert nicht. Weißt du, du hast dann 70 Belege und dann, das ist zu viel einfach, also, und da wundere ich mich, warum das so gemacht wird, so, weil das ist halt kein Dokument mehr für mich. Komisch. Das ist wie ein hochauflösendes Foto, so, ähm, als PDF, macht keinen Sinn. Und ich kann das Dokument vorm Upload noch benennen bei Scambot, wollte ich schon mal sagen, das, äh, wenn man es braucht. Ja, schön, sehr, sehr gut. Äh, geht bei Apple auch nicht. Nee, stimmt. Ja, ist gut, wie gesagt, am Ende ist es wahrscheinlich für Casual-Sachen und, und auch wahrscheinlich auch für die meisten mehr als Casual-Sachen irgendwie auch, äh, ähm, völlig ausreichend, ja, für die Casual-Scanner quasi. Ähm, okay, ja, dann haben wir die Empfehlung auch und noch ein bisschen über Scannen geredet, aber ein sehr interessantes Thema, redet man auch nicht so oft drüber. Ähm, dann würde ich sagen, was ist für diese Ausgabe, Folge 22, habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Gibt's irgendwas Interessantes? Ist noch Breaking News, irgendwas reingedroppt? Von meiner Seite aus nicht. Nee. Also ich würde auch, ich würde auch nur sagen, dass wir, dass wir, ähm, so eine, so eine papierloses Büro-Folge, ich weiß nicht, hatten wir schon mal eine? Oder müssen wir auch nochmal drüber reden, irgendwie als, als Spezial-Thema, finde ich, weil es super umfangreich ist und eigentlich total interessant. So, zur heutigen Zeit. Auch definitiv, ja. Ja, das ist auch immer noch eins meiner großen Ziele für, ja. Der letzten drei Jahre gefühlt schon. Das ist auch mein Dauerziel. Äh, scheitert immer daran, dass ich da nicht sofort scanne und der Kram dann erstmal hier liegt. Ja. Ja, da fängst du an, ja. Ja, da können wir auch gerne nochmal gesondert drüber sprechen. Keine, keine Automatisierung, oder was? Nee, leider nicht. Der Briefkasten, der müsste automatisiert sein, weißt du? Da kommt ein Brief rein und der müsste sofort einfach als, äh, in deinem Online-Computer. Ha. Ja, Folge eins oder zwei, äh, Kaya, Empfehlung von mir. Ja, stimmt. Genau, stimmt. Äh, die Post direkt, den du noch als PDF schickst, wenn man das möchte. Okay, das, äh, würde ich ehrlich gesagt nicht machen. Ja. Also, ich sag mal, wenn ich überlege, wenn ich diesen, äh, ohne das jetzt zu breit zu treten zu wollen, aber wenn ich jetzt dieses ganze Hausbauchding nicht hätte, dann finde ich meine Post, ehrlich gesagt, nicht so wichtig, als das, die ich auch einfach von denen mir gescannt schicken lassen könnte. Ja, trotzdem, weiß ich nicht, finde ich komisch. Außerdem braucht die Post dann länger, um bei dir zu sein. Also, ja, gut, auch nicht unbedingt, kriegst du ja da als PDF. Weiß ich nicht, ja. Aber keine Ahnung, ob's gut ist, hab ich noch nicht ausprobiert. Äh, vielleicht mag ich's mal, wenn sich das hier, der Post, äh, das Postzeug normalisiert hat, mal so für einen Monat einfach mal. Ähm, und die schicken sich's trotzdem nochmal als, als Post zu, ne? Also schicken sie einfach weiter das Original? In so einer Kiste, wenn du willst. Also dann irgendwann, wenn du sagst, so jetzt ist, nach einem Monat oder so, schick mir mal alle Briefe oder lass sie die vernichten oder wie auch immer. Ähm, oder halt, wenn du's halt brauchst, wenn du, du brauchst nochmal ein Papier Form, aber warum sollte man? Ja, komisch. Ja, bis dann der erste Datenskandal kommt bei Kaya und irgendwie die Post, äh, alle Briefe der letzten fünf Jahre von 30 Millionen Kunden online sind, dann ist halt vorbei, so. Ja. Mal gucken. Ähm, aber wie gesagt, wenn man sowas haben möchte, dann passt es, ne? Oder wenn man vielleicht eh nie zu Hause, wenn man viel unterwegs ist, macht's vielleicht Sinn, ne? Wenn man nicht viel zu Hause ist, die Post nicht annehmen kann und dann kriegt man sie wenigstens irgendwie, wenn man unterwegs ist, halt aufs Handy dann die ganzen Briefe, die man, ja, das stimmt, die man halt im Briefkasten hat, ne? Das könnte für den einen oder anderen vielleicht hilfreich sein. Dann hat man nicht mehr dieses, ey, äh, kannst du vorbeigehen, ich bin jetzt zwei Monate im Ausland und, äh, kannst du meinen Briefkasten leeren? Was natürlich ja auch ein, irgendwo ein Zeichen ist, dass du nicht da bist und eventuell jemand einbricht. Wenn dann natürlich die Post immer, äh, der Briefkasten immer leer ist, dann, ja, natürlich auch gut. Kann also alles seine Vorteile haben und, äh, an der Stelle würde ich sagen, dann vielen Dank an euch beide für diese, äh, tolle neue Folge jetzt hier wieder zu dritt, ähm, sehr gerne. In unserer altgewohnten zeitlichen Manier hier. Sehr gerne, ja. Und, ähm, dann danke auch an alle Hörer da draußen, ähm, vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt, dass ihr wieder mit uns dabei wart, über die aktuellen Themen zu sprechen. Gebt uns eine positive Bewertung bei Apple Podcasts, liked das Video auf YouTube, abonniert unseren Kanal, abonniert uns irgendwo, es gibt es überall, wo man Podcast hören kann. Mittlerweile auch bei Audio Now zum Beispiel, sogar, äh, bei diesen ganzen, allen möglichen Podcast-Plattformen, die hier mittlerweile so rum, äh, rumkriechen in der Podcast-Szene, könnt ihr uns hören, natürlich auch bei Spotify, dieser, ähm, überall, wo es quasi Podcasts gibt. Dann, ja, vielen Dank an alle, bis zum nächsten Mal, macht's gut, bis dahin, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, zun. Ciao, zun.